Wenn ich es gesehen habe, in der Werkstatt war nicht viel zu tun, haben wir gesagt, okay, machen wir Pitstop-Training. Wir hatten da damals einen Japaner, der Tosh Akiyoko und der war da richtig gut. Wir haben Kameras aufgebaut, auf jedes Rad, von vorne, hinten und haben da trainiert und dann hat er eine Analyse gemacht und hat geguckt, wer ist Linkshänder, wer ist Rechtshänder, wer kann das Rad vorne besser wechseln, wer kann hinten, wer ist besser mit dem Waageheber vorne, hinten, wer die Kraft und und und. Da haben wir wirklich gefehlt bis zum Schluss. Schon wenn das Auto noch fährt, mit dem Schlagschrauber mitgeht und dann direkt mit dem Sender nattlösen kann und und und. Wir haben Lenkradwechsel trainiert, Nasenwechsel trainiert, Heckflügel und wir hatten den Rad natürlich rauf, runter und wir hatten auch einen separaten Fitnesstrainer. Die Jungs konnten also in der Pausen, Mittagspause, abends hochgehen zum Trainieren. Und da wurde extra ein Plan aufgestellt für die Jungs, was denn jetzt machen muss. Mein Name ist Carsten Ahnt, danke, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist auch wieder so ein Geschenk und Füllhorn an Anekdoten. Kein Wunder, hat er doch Jahrzehnte bei Rallye, Le Mans und Formel 1 an vorderster Front gearbeitet und speziell in der Formel 1 die absoluten Extreme kennengelernt. Bei Toyota konnte er noch aus dem Vollen schöpfen und kannte fast kein Budgetlimit, musste aber danach bei HRT, teilweise alte Wagenheber von befreundeten Teams ausleihen, um die Räder wechseln zu können. Wie es bei Toyota unter Owe Andersen war und wie er beim Rallye-Engagement von Hyundai nochmal in einer leeren Halle begonnen hat, das erzählt Ernst Kopp in dieser Folge. Aber die Masse an Geschichten haben wir, wie ihr gleich hören werdet, zum Teil auch seiner Frau Anja zu verdanken, die trotz seiner alljährlichen Beteuerung endlich mit dem Motorsport und der damit verbundenen Abwesenheit aufzuhören, doch immer zugestimmt hat, wenn er mal wieder vom nächsten Team abgeworben wurde. Danke an dieser Stelle und euch jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast Ernst Kopp. Also gebürtig komme ich auch im Schwabenland, genauer gesagt aus Sulz am Neckar am Bergfelden. Ein kleines Hellendorf, war damals zwölf, 1500 Einwohner. Ja, und da komme ich her, da bin ich 1957 geboren. Ja, okay. Und haben Sie da schon das in die Gene gelegt bekommen, Motorsport, Auto oder sowas, elterlicherseits? Ja, also der Vater war auch motorsportbegeistert. Okay. Und er ist Motorrad gefahren nach dem Krieg, da war das Geld nicht da für ein Auto, Motorrad gefahren. Und ich hatte einen Onkel, der Onkel Ernst, und der war auch Kfz-Mechaniker, hatte eine eigene Werkstatt und der war halt auch, wie gesagt, vom Motorsport ein bisschen angetan. Die Nähe zur Solity, da waren die halt öfters mal am gucken und so. Ja, und ich habe dann mit dem zwölften Lebensjahr habe ich mir eine NSU-Quickly gekauft. Damit fing es eigentlich an, für 50 Mark damals. Und bei uns im Ort oder im Gelände konnte man rundfahren. Damals hat es keiner gejuckt. Und dann habe ich mich entschlossen, die Lehre als Kfz-Mechaniker zu machen. Ich ging dann in die Lehre 1972. Und die Berufsschule damals... Bei welchem Hersteller? Bei Ford, in der Ford-Werkstatt im Nachbarort. Autohaus Schmied war ein sehr renommiertes, großes Geschäft damals, Automobilhändler. Und wie gesagt, in die Berufsschule ging es nach Horb am Neckar, mit dem Zug von Sulzhaus. Und in Horb am Neckar, da gab es einen Opelhändler, der hieß Waldner. Und ebenfalls ein Freund, der auch die Lehre gemacht hat, der hat beim Autohaus Waldner gelernt. Und da sagt er, du mein Chef, der fährt Rallye. Ich sage, wie? Da sagt er, ja, der Kurt Waldner, der ist Tour de Rock gefahren. Und ich sage, ich muss das Auto mal sehen. Und dann sind wir in der Mittagspause da hin. Da konnte ich mir den Ascona angucken. Boah, klasse. Extra Lampen drin, Übrölkäfig drin, Schalesitze. Boah, klasse. Und der hat ein paar Mal die Tour de Rock gewonnen, Kurt Waldner, mit dem Ferdi Böckmann hieß der, glaube ich. Ja, und da wurde ich dann schon vom Rallye-Sport infiziert. Und dann natürlich Magazinnehmer gewälzt. Björn Fernseher, ja, war nicht viel, aber die Zeitung Rallye-Racing und so, die hat man sich dann halt immer gekauft. Und Björn Waldegard war immer mein Hero. Ja. Und dann, nach der Lehre bin ich dann, musste ich dann zur Bundeswehr. Und nach der Bundeswehr habe ich gesagt, ich muss jetzt einfach gucken, ich will Motorsport machen. Nur, wo fängst du an? Du hast keine Erfahrung. Du musst irgendwo gucken, in ein kleines Team reinzukommen, wo man halt ein bisschen Erfahrung sammeln kann und, und, und. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, O. Wernsersson, Toyota Team Europe, sind umgezogen von Brüssel nach Köln und die suchen Mechaniker. Boah, ich denke, komm, schreib einfach mal hin. Wahrscheinlich ist keine Chance, aber was soll's. Ich die Bewerbung hingeschrieben. Ja, eine Woche später hatte ich eine Einladung am Tisch zu Hause. Boah, klasse. O. Wernsson ist ja auch der Herrgott von der Rallys, ne? Ja. Und, ja, dann habe ich mich zugesetzt und bin nach Köln gefahren, mit der Straßenbahn nach Marstorf. Und dann habe ich mich vorgestellt. Da habe ich damals noch wahrscheinlich richtig Schwäbisch gesprochen. Und, ja, das Gespräch ging dann mit dem, mit dem Kurt Pfeiffer, dem Ingenieur damals und mit dem Alan Wilkinson. Ging bestimmt über zwei, drei Stunden, haben mir die Firma gezeigt und, und, und. Und am Schluss sagte er zu mir, wie ich bei Ihnen die Kündigungsfrist? Ich sage, zwei Wochen. Und dann seid ihr zum Monatsende? Ich sage, ja. Und dann sagt er, selben wir uns in drei Wochen. Sie haben den Job. Ja. Die hat es klopfen. Ja. Ich bin dann raus. Ich habe zuerst mal einen Freudesprung gemacht, ne? Wieder nach Köln rein, zum Hauptbahnhof, mit dem Zug zurück nach Hause. Abends habe ich mit meinem Vater seiner Schreibmaschine die Kündigung geschrieben und am nächsten Tag meinem Chef gegeben. Und, ja, er war ein bisschen enttäuscht, aber er sagte, ja, klar, mach deinen Weg, ne? Ja. Und dann bin ich ein paar Tage später mit dem Koffer und meine letzte zweiter Morgen nach Köln gefahren mit dem Zug, ne? Schlaf sagt er bei ihm, ich wusste gar nicht, ob ich ein Zimmer irgendwo habe oder sonst was, ne? Ja, und dann beim ersten Arbeitstag, dann mit mir noch ein Kollege angefangen, der Ricardo Lauvigi. Und dann sagt er, wo schläfst du, Schwabe? Und er sagt, ich habe noch nichts. Er sagt, ich habe eine Wohnung, kannst du bei mir beten? Und so habe ich dann bei dem Sofa die ersten Wochen da übernachtet, bis ich dann halt ein Zimmer hatte in Köln. Ja, Wahnsinn. So, und wie war das bei Toyota? Was haben Sie da, ja, sagen wir jetzt mal, vorgefunden? Also das war ja damals noch ganz klein, sehr aus dem Nichts entstanden eigentlich, als die umgezogen sind. Ja, das war wirklich ein kleines privates Team. Wie gesagt, viele Mähniger, die sind da nicht mit umgezogen. Da war der Owe Andersson, der Fahrer und der Teamchef, der Henry Litten, der Teammanager. Dann die Marion Bell Andersson, die hat Medien, Design und alles. Ja, genau, die streifen das alles. Streifen alles gemacht. Ja, ja. Und da war noch ein Peter Hauten, der hat sich ums Lager gekümmert, Einkauf. Dann gab es Pfeiffer, der war ein Ingenieur bis zum Schluss eigentlich. Ja, und dann waren ein paar Schweden da, Engländer. Ja, und dann hieß es ja, hier, der fängt jetzt heute an, spricht er Englisch? Ein bisschen, ja. Ja, muss mich dann halt einarbeiten und war ich ganz nett. Die ersten zwei Jahre war ich dann am Fahrzeugaufbau mitbeteiligt, haben wir die Autos aufgebaut und so weiter. Ein paar Jahre später hieß es, wir machen jetzt eine Getriebeabteilung auf, dann zwischen alles, ob ich da Lust dazu hätte. Ich dachte, klar, mache ich gerne. Und dann habe ich mich dann, ich glaube, 18 Jahre lang um Getriebe- und Hinterachsenaufbau gekümmert und so weiter. Also von der Gruppe N oder von der Gruppe 4 über die Gruppe B, Gruppe N, Supra, Triple 2D, dann bist du der 165 Allradantrieb. Also praktisch bis zur Formel 1-Zimmer habe ich dann fast die Getriebeabteilung gemacht. Und ja, die Abteilung ist dann schon gewachsen mit eigener Lagerverwaltung, Einkauf und wir waren da bestimmt zehn, zwölf Mann am Schluss. Wir wurden ja immer größer, wir sind ja immer permanent immer gewachsen. Ja. Wie sah denn so Ihre Arbeitswoche aus? Also war das, also Aufbau und am Wochenende Rallye, oder? Ja, nicht ganz. Wir waren ja ein ziemlich kleines Team und es war ein privates Team von O. W. Anderson. Also wir hatten immer nur Geld für sechs Rallyes zu machen. Und ja, von Arbeit bis, von Montag bis manchmal auch das Wochenende. Nach Hause gehen wir, wenn die Arbeit fertig war, haben wir nicht auf die Ohr geguckt. Motorsport ist da schon ein bisschen anders. Das macht man ja mit Leib und Seele und mit Herzblut und ja, macht man ja gerne. Man kann ja auch viel lernen. Ich musste viel lernen und aber hat wirklich Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, die Rallyes, wir haben ja mal angefangen mit Portugal. Was haben wir eigentlich gemacht? Portugal, Griechenland, Finnland, RAC, Elferbeinküste, Neuseeland. Also es waren auf jeden Fall am Anfang die kleineren Rallyes, die wir da gemacht haben. Ja, wir haben die Autos aufgebaut, wir haben die Ersatzteile vorbereitet, die Service waren geladen und am Tag X hieß es, Jungs, fahrt mal Richtung Griechenland. Und ja, die Rallye-Autos wurden ja nie fertig. Man hat immer noch mal vor der Rallye die Autos noch mal halb zerlegt wieder und wieder zusammengebaut und dann noch gewechselt und das und ja, war schon sehr klasse. Meine erste Rallye war Portugal Rallye 81. Da war ich unten beim Test. Der Henry sagt zu mir, hier der Servicewagen, Anhänger, Testauto, du fährst nach Portugal. Wie ganz alleine, ja, ja. Thomas gab es kein Handy, nichts. Gab eine Landkarte und dann bist du losgetingelt, ne? Und der Henry Litten sagte, du übernachtest da beim ersten, beim zweiten Mal da, beim dritten Mal da und am vierten Tag bist du dann in Portugal, ne? Abends habe ich ihn mir mal angerufen, sag, Henry, ich bin da und da. Da sagt er, ja, esse ein schöner Steak, tricke einen Rotwein und dann gehst du ins Bett und morgen fährst du weiter. Und dann bin ich dann in Lissabon angekommen beim Toyota-Händler Catano. Das ist so der Importeur für Portugal. Und da haben wir dann ein Auto abgeladen, aufgebaut und auf einmal steht der Björn Waldeckart neben mir. Der große Hero. Der große Hero. Boah, ich war gerade vorne auf Luft am Prüfen und dann sagt er, hello, I'm Björn. Ich gucke so hoch, boah, Björn Waldeckart. Are you Ernst? Yes. Do you the new mechanic? Yes. Enjoy, ne? Ja, und dann ging das los, ne? Und dann war ich eigentlich zwei Wochen mit ihm, mit dem Hans Terzelius, mit dem Björn, mit dem Pär Eklund und mit dem Brandner Spiut, das war der Beifahrer vom Eklund. Sind wir dann durch ganz Portugal durchgefahren, haben die Prüfung abgefahren, getestet, ne? Und ich konnte mich dann halt immer ums Auto kümmern, ne? Abends saß man an einem Tisch am Essen. Boah, ich mit dem großen Björn Waldeckart, Pär Eklund am gleichen Tisch. Also ich war schon, ja, fasziniert, ne? Gleich mittendrin im Team, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist das Tolle irgendwie, dass man so ein Team ist und man da so integriert ist. Konnen Sie auch schon mal mit Björn Waldeckart mitfahren? Ja, 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 ich bin dann mitgefahren. Das war oben in Pauvo, da war sie, da war eine lange Prüfung, sei der Ernst, heute fährst du mit, ne? Und da ist der da gefahren, ist erst mal in dem Rallye-Auto drin, ne? Hat der fliegen lassen, ne? Immer quer und boah, boah, ne? Und einmal sagt er selber, oh, ne? Da ging es ein bisschen nach rechts runter, ne? Und da sind wir zurückgefahren. Boah, ich hatte Blutdruck, ich glaube, 200, ne? Und dann sage ich da, you enjoyed it? Dann sage ich, yes, very much, thank you. Da sagt er, now you know why you have to check every bolt twice, ne? Und das war mir dann schon eine Lehre, ne? Check, check, check again, haben wir immer gesagt, prüfen, nachgucken, ne? War schon wirklich ein Highlight, ne? Und ja, dann kam der Tag X, haben wir noch Recki gemacht und dann, wie gesagt, kam die Rallye und bei der Rallye sind wir dann Dritter geworden. War ein tolles Highlight und ja, das war schon ein Riesenerlebnis, ne? Welches Auto war da der Anfang? Äh, die R40, die alte Celica Gruppe 4, mit Vergasermotor noch und der Ding hatte 240 PS, ne? Ja, gut, aber die Konkurrenz war ja auch nicht anders unterwegs. Ja, 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 ja. Von daher. Ja, so, das war eigentlich so die erste Rallye, die erste Erfahrung, die ich dann da mitgemacht habe, ne? Geschlafen haben wir wenig, ne? Die Rallye hat morgens angefangen bis in die Nacht rein und drei, vier Tage lang, nicht wie heute, ne? Du bist, der Auto ist hinterher gefahren, vorgefahren, im Straßenrand einen Punkt gesucht, zum Service zu machen, ne? Während der Rallye, nach der Prüfung hieß immer, nach 500 Meter von der Zeitkontrolle weg, sucht einen Serviceplatz der Bauter auf, ne? Ja, so haben wir das dann eigentlich immer gemacht. Das schnelle Schrauben, schnell gelernt. Ja, 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 ja. Also, man muss selber Entscheidungen treffen, ne? Man muss flexibel sein und man muss auf alles vorbereitet sein, ne? Und das haben wir eigentlich schnell gelernt und es gab ja kein Handy, es gab kein Funk. Ja. Wir haben zwar ein Funkgerät gehabt, aber... Die Reichweite war ja begrenzt, ne? Ja, ja. So 100 Kilometer nach der Prüfung, äh, 100 Kilometer, 100 Meter, haben wir wieder Funkkontakt gehabt, ne? Ja. Aber da wussten wir nicht, was wir machen mussten, ne? We coming to the service, we need bar, 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 ne? Und da haben wir immer alles aus dem Servicewagen ausgeladen. Guckt, das Auto kommt so rein, alles hingelegt, ne? Fahrwerk, Differenzial, was man eigentlich so gebraucht hat, Bremsbeläge, Bremsscheiben. Dass das Auto reinkommt, haben wir halt, wenn die sagen, ja, ich brauche noch die Bremsbeläge oder das oder das, damit man halt direkt anfangen konnte, ne? Und das war nämlich schon und nach dem Service wieder, alles wieder einladen, ne? Einfach weiter. Gab es eigentlich mal so Momente, wo sie sich da verpasst haben, wo man sich einfach nicht gefunden hat? Ne. Das ging, wenn man nicht kommunizieren konnte. Weil ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass man irgendwo in Afrika da die Punkte so genau findet. Ja, der Henry Lidden, unser damaliger Teammanager, hat schon gesagt, if you're not getting onto the service, we are out of the rally. Boah. Du wirst ja nicht der Schuldige sein, wenn wir die Rallye verlieren, ne? Also du hast schon, du hast schon eine Landkarte gehabt, er hat das eingezeichnet da und da und dein Roadbook und danach bist du gefahren, ne? Und du hast geguckt, da so frühzeitig, da warst du lieber eine Stunde noch warten, wie ich auf die letzte Sekunde da ankomme, ne? Und ich weiße, eine Story, da war ich mit dem Gerd Dix unterwegs, da waren wir bei der RAC-Rallye und wir gingen da, es ging Richtung Schottland auf der Autobahn sind wir gefahren, im Runner-Auto und wir waren am Quatschen und am Quatschen und dann sage ich, du Gerd, wann kommt die Ausfahrt? Ja, fahr noch ein bisschen, die müsste jetzt eigentlich kommen, ne? Und die Ausfahrt kam nicht, die kam nicht. Sind wir auf die Tankstelle, da haben wir zuerst eine Landkarte gekauft, ne? Geguckt, wo wir sind, ne? Wir waren Kilometer weg vom Servicepunkt, ne? Boah! Da sagt er, boah, scheiße, und wir haben, ich bin gefahren, wir haben da richtig fliegen lassen, ne? Und kamen immer näher dann wieder und da sagt er, Pepper Mensch, wo seid ihr? Ich brauche euch hier am Servicepunkt, blau, ja, wir kommen gleich, ne? Und dann kommen wir gerade zum Servicepunkt, fahrt die Autos weg. Boah! Wo wart ihr so lang? Oh, no, no, no. Wir haben uns total verquatscht und total verfahren. Das war das einzige Mal, wo wir gesagt haben, oh, das machen wir nie wieder, ne? Ja. Und haben Sie es jemals bereut, als Sie da in Afrika zum Beispiel im Sand geschraubt haben, dass Sie Ford damals verlassen haben? Ne, überhaupt. Behütete Werkstatt mit Wochenendzeiten und allem? Ja, aber wenn man mal die Rallye-Luft geschnappt oder geschnuppert hat, ja, das ist auch ein Teil Abenteuer, ne? Muss man wirklich sagen, das ist schon, gerade in Kenia oder so, wo wir da waren, fünf Tage lang unterwegs, ne? Da war schon eine Herausforderung und ich weiß noch damals, wo, wir haben ja Elferbeinküste gemacht, die haben wir auch oft gewonnen und da hieß es, ähm, wir würden gern Safari-Rallye machen. Und da war der Uwe in Japan, hat ja auch die Marion erzählt, ne? Und da sagt Uwe, unser Auto, die Gruppe B-Jelika, ist eigentlich gut für Afrika, Landstrecke-Rallyes zu machen. Ja, sagen die, aber das ist ja nicht sein Land oder dazu ein Land, da können wir nicht hin. Und da sagt Uwe, ja, das heißt dann, die anderen sind besser wie Toyota. Oh, no, 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 no. Ja, dann haben sie sich entschieden, dann nach Kenia zu gehen. Und ich weiß noch, wir waren in Portugal bei der Rallye und kam der Uwe und sagt da, wir machen dies noch Safari-Rallye. Oh, alle Klasse, endlich mal nach Kenia, ne? Und wir gingen da hin. Und eigentlich heißt er Nobody, waren 20, 25 Leute damals, ne? Ganz kleines Team, da war ja Odi da, Opel war da mit dem Rauno, alle die ganz großen Landscher mit Marco und, ne? Rauno, der große Afrika-Professor, ne? Ja, ja, Sheikameda und Timo Salonen und wie sie alle hießen. Einer mit Wut im Gesicht, Walter Röhrl, der nicht aus dem Auto ausgestiegen ist. Ja, genau. Ja. Und der Björn, wir hatten ja den Björn, ne, unseren Hero als Afrika-Spezialist, ne? Und ich weiß noch, das hat erst der Uwe, der nacherzählt, nach dem Test und nach dem Räcki hat der Björn zum Uwe gesagt, if the rally car is good as my test and the Räcki car, I can win this rally. Hat er uns so nacherzählt, ne? Okay, die Rallye ging los, der Björn ist schon gefahren, der Peeklund und der Sandro Monari, ne? Der Uwe hat ja mal dem Sandro versprochen, weißt du, in der Team-Mate zwar in Valencia, wenn er mal ein eigenes Team hat und die Safari fährt, kriegt er ein Auto. Und der Uwe hat sein Versprechen gehalten, ne? Ja, die Rallye ging los, wir waren ja alle hochmotiviert, vorbereitet, ne? So gut es ging. Und ja, ersten Tag, Björn Waldeck hat Führt, ne? Ja, die fallen doch früh genug aus, die Toyota. Das ist Kenia, das ist anders, ne? Ja, ja, alles klar. Zweiter Tag, Björn Waldeck hat Führt immer noch, ne? Schon ein bisschen Vorsprung, ne? Ja, und wir waren immer am Schrauben am Gucken, hey, wir führen die Rallye an, ne? Toyota, wir haben ein kleines Team. Und vierter Tag, Björn führt immer noch, ne? Der Sandro ist dann ausgefahren, der Peeklund, glaube ich auch. Ja, und am letzten Tag, wir waren natürlich alle, wir wollten ja gewinnen, ne? Und dann hat der Henry ein Flugzeug gemietet, einen Sportflieger. Und ich bin Björn praktisch noch von, ich glaube, von Nakuru oder ja, da irgendwo, ist der vorgeflogen und hat den Björn nach Nairobi geguitet, kann man sagen, ne? Von oben und gesagt, hey, aufpassen, LKW kommt oder eine Kuh oder, ne? Das war schon, und der Sieg war natürlich grandios, ne? Da haben wir die Rallye gewonnen, das war Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn, als so ein kleines Team, ne? Ja, genau. Als ein Newcomer und und und. Und wie gesagt, wir hatten ja schon Elferbank-Küste gewonnen und der Henry hat immer gesagt, Jungs, Kenia ist nochmal anders, ne? Das ist die schwerste Rallye der Welt, ne? Boah, wir haben die gewonnen. Gewonnen. Ne? Vielleicht war es eine Eintagsfliege, aber wir waren gut vorbereitet, ne? Und wir hatten den Björn Waldegard, ne? Eben, eben. Der das eigentlich gemacht hat, ne? War wirklich super. Ja, und von da an ging es dann eigentlich so ein bisschen berghoch, ne? Wir durften mehr Rallyes machen und und und. Und ja, 85 haben wir dann das wiederholt mit einem Doppelsieg und 86 wieder, ne? Also Safari-Rallye war dann schon die Toyota-Rallye. Ja. War schon ganz gut. Keine Eintagspflege. Ne, ne, ne. Ja, und da gab es auch wirklich tolle Erlebnisse. Ich bin da 86, bin ich Chase-Car gefahren mit dem Mohamed Bin-Zulayem. Ich hatte vorher mit ihm die Middle East-Meisterschaft gemacht, 85. Und die hat er auch fünfmal gewonnen. Und er erkannte man sich ja, ne? Er ist mit der Gruppe B gefahren damals. Und er war dann in Kenia und ich bin mit ihm Chase-Car gefahren. Also das muss man sagen, der jetzige FIA-Chef. Der jetzige FIA-Präsident. Genau. Ja, 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 ja. Also wenn wir uns immer sehen, er freut sich immer. Ich habe ihn letztes Jahr nochmal in Portugal getroffen. Ja, beim 100-Jahre-Rallye. 50-Jahre, genau. 1000-Jahre-Rallye-Fest. Ja, ja, ja. Und da waren wir bei dem Gala-Diener. Ich war eingeladen und da saß ich schon am Tisch und er kam rein, sah mich, kam er direkt zu mir her. Ey, Mr. Corb, ne? Schön, bla bla bla. Und dann hat er auch, hat dann, gab es so ein bisschen Podiumdiskussionen, was er schon alles gemacht hat und welche Rallye ist und welche Erinnerungen er hat. Und dann sagt er, ja, er hat eine gute Erinnerung. 86 in Kenia. Da wäre ein Chase-Car gefahren. Da seid ihr, with this guy over there. Und wir sind dann, das war von, das war die Prüfung nach Rock, nach, das ging übrigens Richtung Norden auf jeden Fall. Wir sind dann rein, der Björn ist schon vor uns gefahren. Und wir sind dann am Schluss rein. Und der Björn hat sich hinter rechts das Rad abgefahren. Und dann kam er mit dem Chase-Car. Und natürlich, eine Radnabe hast du nicht dabei. Was haben wir gemacht? Der Björn war ein sehr, sehr guter Schrauber. Hat hinten rechts schon die Radnabe abgeschraubt, Rad runter. Alles. Der Björn wusste sich immer zu helfen. Mich dann ausgestiegen. Beim Mohammed haben wir das Chase-Car hochgebrockt. Ich hinter rechts alles abgebaut. Dann die Hinterachse beim Björn wieder drin gebaut. Und Björn dann, boah, seid ihr okay? Seid ihr ernst? Du kommst mit uns? Wie? Ja, dann bin ich eingestiegen beim Björn mit der Werkzeugkiste. Ich saß vorne auf dem Feuerlöscher. Im Auto drin hatte die Werkzeugkiste noch auf der Oberschenkel. Der Hans, der Hassi saß im Sitz drin. Und dann ist die Björn gefahren. Ich habe nichts geredet. Amateurbrett war hier. Und ja, dann sind wir da raus. Und dann bis zum nächsten Service hat er mich dann da mitgenommen. Und der Mohammed, den haben wir dann zurückgelassen im Auto. Und dann sagt der Björn, es war morgens fünf, sechs Uhr. Dann war es dunkel. Dann sagt er, you stay in the car. The alliance here. Be careful. Und der Mohammed, der hat ja schon Wuffe gehabt. Ja, der saß dann im Auto bis um sieben, acht Uhr. Bis dann eine Crew kam und ihm wieder das Auto repariert hat, damit er wieder nach Nairobi fahren konnte. Kein Funk, keine Kommunikation, oder? Nichts, gar nichts. Einfach sitzen irgendwo in der Einhöhle. Ja, ja. Mein Gott, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee, das kann man sich nicht vorstellen. Aber das war, das war, ja, das war Abenteuer, war Erlebnis, das war Kampf, Teamgeist. Und wir waren ein Clemens-Team und wir haben wirklich zusammengehalten. War einfach klasse. Ja, das ist echt toll. Auch was man für Begegnungen hat und wie das auch über die Jahrzehnte so anhält, solche Erlebnisse. Also ich glaube so, das durchschnittliche normale Rennwochenende heutzutage, vielleicht Rundstrecke oder so, ja, ist gut, das hakt man irgendwie ab. Aber ich finde diese Rallys, das ist nochmal so, eben weil es mit dem Abenteuer verbunden ist. Ja, ja, das ist, wenn man es vergleicht mit heute. Heute hast du einen Servicepark, die Autos kommen wieder zu dir, du musst nicht mehr hinterher fahren. Ja, klar. Die haben drehen wir am Service oder drehen wir am Tag den Service. Und die Autos halten ja auch, die sind ja viel stabiler, oder? Ja, die sind brutal gut heute. Also das ist ja heutzutage, es ist einfach Wahnsinn, wie die Technik da weitergegangen ist. Ja, ja. Wenn man, wie man damals noch sich erst ans Limit rantasten musste und dann abschätzen musste, was die Autos aushalten. Gab es da irgendwie Fahrer, die, wo Sie sagten, oh Gott, der macht immer so viel kaputt? Ja, die gab es auch. Die kamen aber erst eigentlich später. Die Ära so mit Carlos Sainz, ja, wo er bei uns dann angeheuert hat. Also was auch noch ein schönes Abenteuer war, war China. Wir haben die Rallye gemacht von Hongkong nach Peking. Ja. Und wir haben die Autos soweit vorbereitet, Gruppe B, Celica in Köln, wurden aber wie immer nicht fertig. Die Container standen da, mussten alles rein und Richtung Hongkong. Und dann war ich, waren wir halt drei Wochen vorher, vor der Rallye, waren wir in Hongkong, um die Autos vorzubereiten. Und da waren wir bei Toyota Hongkong im achten Stock oben, wie so ein Parkhaus, alles offen. Und da haben wir die Autos vorbereitet. Hongkong natürlich eine Stadt des Lebens, jeden Abend schon ein bisschen Party gemacht auch. Ja, wirklich toll. Ja, und dann ging die Rallye los, waren ja über 5.000 Kilometer oder 6.000. Und es war ganz komisch, wir sind dann in Shenzhen über die Grenze. Und von da an, kann man bald sagen, alle Kilometer standen, ein Soldat oder ein Polizist. Und so bis nach Peking. Man konnte sich also gar nicht verfahren. Links und rechts stand die, da man ja nicht abweicht oder Bilder macht. War ja ziemlich noch, ich weiß noch, kommunistisch. Ja, wann war das? Das war 1985. 1985, genau. Wurde man da von der Bevölkerung ähnlich leidenschaftlich empfangen wie in Afrika? Ja. War das auch so? Ja, ja. Da gibt es also Bilder, da sieht man am Hügel. Nur, Fahrräder liegen und Menschen drauf stehen. Das war Wahnsinn. Und ich weiß noch, wo wir nach Wuhan reingefahren sind, Studentenstadt, da ging es vom Krebelweg auf vier Spuren Asphalt und da ging es nach Wuhan rein. Studentenstadt, die waren da, welcome, welcome und aufs Auto gehämmert und bla, bla, bla. Die haben ja nie Leute gesehen, blonde Haare oder so. Ja, eben. Also einmal das und dann natürlich auch die Autos. Das war ja auch damals schon. Ja, das war schon der Wahnsinn. War toll. Wir sind leider, ja, wir haben Motorprobleme gehabt, sind ausgefallen und du konntest eigentlich nicht zurück nach Hongkong. Du musstest nach Peking. Und dann hat der Uwe, hat den Birn abgeschleppt bis nach Peking, hinter dran am Seil. Und der Uwe war so schnell, dass er immer die Karenzzeit geschafft hat, ne. Die Membrali Auto, ne. Und zwar über Funk hat der Hans Terzelius im Uwe die Kurve angesagt, die Strecken angesagt, ne. Der hinten im Auto sagt, ne. Ja, ja. Und entsprechend hat der Uwe natürlich ziehen lassen, ne. War schon Wahnsinn, ne. Ja, ja. Und der Uwe, der war ja damals noch Kettenraucher, ne. Und da, wo wir rumgefahren sind, gab es eigentlich keine Zigarette-Automan oder sonst was, ne. Da haben wir Autos eingehalten, haben Zigarette gesammelt von Uwe, damit der rauchen konnte, ne. War echt der Wahnsinn. War eine schöne Rallye, ja. Das klingt so unschuldig, die Zeit, oder? Ja, das war, ja, das war halt, das war wirklich ein Abenteuer, ne. Das war vielleicht so ein bisschen wie so ein Touch of Paris-Dakar oder so, ne. Wir haben Hängematten bei gehabt, die haben wir zwischen den Service-Autos reingesponnen und haben den Schlafsack drin gepennt, ne. Das ging alles. Zum Essen, da gab es von England, gab es so Hotcans, ne. Die hatten so eine doppelte Wandung, da ist ein Stift reingehauen, da hat da irgendwie eine chemische Reaktion entstanden und hat dir da dein Irish Stew oder was immer aufgeheizt, ne. Und daraus haben wir gegessen, ne. Wahnsinn. Catering gab es früher nicht. Natürlich, ne. Wir hatten immer einen Gaskocher dabei, einen Pott, zwei Teller, Besteck und, ja, wir haben dann Ravioli gemacht oder Spaghetti Bolognese aus der Dose. Der Björn kam oder die Fahrer, ne. Dann haben die gegessen. Ja, was übrig blieb, haben wir uns dann noch reingehauen, ne. Bisschen Obst dabei und dann hast du halt so dann gekauft. Aber das ging auch, ne. Alle sind krank geworden. Nie krank geworden? Ne. Das ist ja auch besonders eigentlich in den ganzen Ländern, in Afrika und so, also haben sie natürliche Art und Weise immer alles richtig gemacht. Gab es eine Lieblingsrallye für Sie? Eigentlich alle. Weil jede Rallye hat eigentlich ihren eigenen Charakter, ne. Ob das jetzt Monte Carlo war, Monte Carlo war, ich schaue, das war ein Mythos, ne. Wenn man gesagt hat, wenn du Monte Carlo-Rallye gewinnst, hast du die halbe Miete drin, ne. Die war toll, weil es halt auch im Winter war und Schweden-Rallye, ja, ja, war nicht so mein Ding, weil es halt immer scheißkalt war, ne. Portugal war immer eine tolle Rallye und ganz klar, ne. Safari war unsere Heimrallye. Das war schon, war schon schön. Ja. Gute Erinnerungen, muss man sagen. Paris-Lakar, haben Sie nie erlebt, oder? Ne, ne. Wäre das mal sowas gewesen, was Sie gerne nochmal gemacht hätten oder haben Sie gesagt, na, das ist schon ganz okay? Hätte ich mal gerne gemacht, aber Töter hat es eigentlich nie gemacht und für mich war natürlich schon, mal Weltmeister zu werden im Team, ne, oder auch mit dem Fahrer Weltmeister zu werden und das haben wir ja dann alles auch irgendwann mal noch geschafft. Die sind ja alles gelungen, ne. Ja, ja. Hat sich danach irgendwas verändert eigentlich, als Sie den WM-Titel hatten? Oder steigt da so der Druck für Sie im Team, wenn Sie merken, ach, das geht jetzt dieses Jahr wirklich um die Weltmeisterschaft? Also, dass man da nochmal sagt, jetzt bloß gar keinen Fehler machen? Ja, also ein Fehler war, oder war ein Fehler zu viel, ne. Ja, genau, ja. Und dann haben wir schon versucht, keine Fehler zu machen, gut vorbereitet zu sein, weil wir haben uns auch wirklich gesteigert, muss man sagen. Ganz am Anfang, wo wir die Gruppe 4. Gruppe oder Gruppe B-Autos gebaut haben, da gab es gar nichts. Man hat halt die Autos gebaut, so wie man gedacht hat. Die Schweden haben gesagt, ja, der Björn, der will das da haben, der Per Eklund will das Teil da haben und der will, also das Auto wurde individuell für den Fahrer gebaut, ne. Aber das Problem war dann auch, die Ersatzteile haben nie von einem Auto zum anderen gepasst. Ja, klar. Das war echt der Wahnsinn, ne. Ja, ja. Und erst später mit der Supra, wo wir mit der Supra angefangen haben, haben wir eigentlich versucht, mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eine Stückliste reinzukriegen. Hat schon mit dem Engineering angefangen, da haben wir Stücklisten gemacht haben, dann haben wir auch Stücklisten gemacht, wie was zusammengebaut werden muss und, und, und. Und wir haben das halt so gemacht, dass wirklich ein Ersatzteil in jedes Auto passt, ne. Nicht nur, das passt beim Björn, das passt beim Carlos, das passt beim Juha. Ich sage, das können wir nicht machen, ne. Und so haben wir uns eigentlich immer ganz gut technisch verbessert, ne. Und wir sagen, wir waren richtig gut, ne. Vor der Safari-Rallye, was wechseln wir am meisten? Federbein, okay, Stoßdämpfer. Das wird nochmal geübt, ne. Und wir haben geübt, geübt, wir wollten ja wieder gewinnen, ne. War schon eigentlich ganz gut. Wie lange haben Sie gebraucht für den Federbein? Oder ging in fünf Minuten rein und raus, ne. Wahnsinn. Das war schon. Wahnsinn. Auch mit Getriebewechsel und so, Kupplung, boah, das haben wir, ne, geübt. Da war klasse. Unsere Gruppe B war ja ein einfaches Auto. Turbomotor mit 400 PS, starre Hinterachse, Fünfganggetriebe, McPherson, los. Ne, da hatte halt Audi dann schon mit dem Vierradantrieb am Anfang Probleme gehabt, und, und, und. Opel war ein starker Gegner, muss man sagen, damals. Damals. Rauno. Rauno, Alvin Weber. Ja, der war schon, schon toll. Wie haben Sie das eigentlich gesehen, als Audi mit dem Allrad kam? Haben Sie das erst so ein bisschen belächelt, oder haben Sie gleich gesagt, ups, jetzt müssen wir da auch nachlegen? Also, mir hätten wir uns schon gerne ein Vierradauto gewünscht, ne, aber Töta hat einfach keins gebracht, ne. Erst noch, ja, ich glaube, der Uwe hat mir erzählt, nach 20 Jahren gibt es endlich mal ein Vierradgetriebenes Auto, wo konkurrenzfähig ist, ne. Und das war dann die SD165, ne. Klar, man hat sich schon, man hat schon gewusst, Audi ist stark, ne, mit dem Vierrad in Afrika und so. Oh, die fahren die um die Ohren, aber das war halt dann doch nicht so, ne. Sie haben jetzt eben gesagt, das war ja hier, und haben Sie nach hinten gezeigt. Wir sitzen hier, und das ist wirklich toll, mal ein Interview zu führen, wo es auch nach Benzin duftet und nach Öl. Wir sitzen hier inmitten von einigen Autos, die Sie tatsächlich auch kaufen konnten. Ja, 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 die Gruppe B, ja, das ist auch so eine Story, die konnte ich dann, oder die habe ich von Uwe gekauft, aber vorher, das Auto stand lange bei Toyota rum, und das war ein Auto von der Elferbeinküste, 1986, Siegerauto, Björn Waldeckart, und das stand rum, und, ja, dann sagte mal der Reinhard gleich, Mensch, das Auto können wir doch fahren lassen, bei uns in der Eiffelrallye. Ja, klar, mit dem Uwe gesprochen, Uwe, wie sie zu Hause, sagte, ja, ihr könnt mit dem, das Auto fahren, müsst aber selber vorbereiten, wir haben kein Geld dafür, ja, kein Thema. Nach Feierabend haben wir mit drei, vier Mann haben wir das Auto vorbereitet, und dann ist auch der Björn in der Eiffel gefahren mit der Gruppe B, ne, und das erste Jahr ging wunderbar, zweite Jahr, dritte Jahr, da haben wir schon damals Formel 1 gemacht, 2006, ich habe Björn auch mit dem Auto gefahren in der Eiffel, und parallel war in Hockenheim, war Formel 1 Rennen, und mein Freund, Albert Hossbach, hat das Auto dann in der Eiffel in Dauern betreut, und ich war in Hockenheim, ne, und ich kriege am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr einen Anruf vom Herbie, und dann sagt er, boah, Björn hat die Gruppe B weggeschmissen, ich sage, wie? Dann sagt er, ja, aber total Schrott. Boah, ich sage, wie? Das war eine Showrallye. Das war eine Showrallye, da ging es eigentlich um nichts, ne, und der Björn ist mit vorne, oder kam in den Graben rein, links, und hat das Auto reingezogen, und dann kam eine Dohle, und da ist der, so von Überfahrt in die Wiese rein, hat er die voll rasiert, ne, und das Dach war nachher so, vorne alles rausgerissen, und der Motor hing schief drin, um Gottes Wille. Und das war das Privatauto von Owe Andersson? Das war das Privatauto von Owe Andersson. Ja, da muss ich ihm Owe sagen, ne, und Owe lief an der Pitlane entlang, da bin ich hin, da sage ich, Owe, I have to talk to you. Da sagt er, did he crash the car? Ich sage, ja. Ich sage, aber Björn wollte ich nur noch anrufen. Da sagt er, der ruft mich nie an, auch wenn er einen Crash hat, der ruft mich nie an. Boah. Eine Woche später bin ich dann mit dem Owe nach Down gefahren, haben wir uns das Auto angeguckt, ne, und dann nimmt er mir so einen Arsch und sagt, der Cop, you know what I told you, you have to repair the car on your own cost. Ja. Stand zu meinem Wort, er auch, ne, ja, und dann, Gott sei Dank, der Herbert Hosmer hat mir da sehr viel geholfen, wir haben miteinander das Auto zerlegt, und auch wieder komplett aufgebaut, und dann habe ich zum Owe gesagt, Pass auf, wir machen das richtig, wir zerlegen das Auto komplett, und bauen das komplett neu auf, ne. Da sagt er, do whatever you want, ne. Da sagt er, ich würde mein privates Geld investieren, aber nur in der Prämisse, dass ich Vorkaufsrecht habe, wenn du das Auto mal verkaufst. Da sagt er, ja, okay, machen wir. Gut. Auto aufgebaut, 2007 war es dann wieder fertig für die Elfe-Rallye, ein Jahr später, und dann habe ich die Marion angerufen, seine Frau hat gesagt, das Auto ist fertig, wir würden es gerne in Bad Münsterefel im Owe präsentieren, schicken ihn morgens weg mit dem Hund spazieren, na, und dann stellen wir das Auto hin, und so haben wir es auch gemacht. Auto aufgeladen in Köln, und dann sind wir runtergefahren, Bad Münsterefel, Auto so schön platziert, bei der Einfahrt vom Owe in seinem Haus, er kam dann morgens, na, mit dem Hund spazieren, und er sieht das Auto, und er hatte wirklich die Tränen in den Augen, na. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt, wir sind dann nach Down gefahren, und der Uwe kam dann auch vorbei, und er sagt, bitte Uwe, fahr du mit dem Auto, na. Da sagt er, nee, nee, komm, ihr habt schon einen tollen Job gemacht, ihr fahrt, ihr zwei fahrt, du und der Herbert. Ja. Sind wir auch gefahren, wir sind vorsichtig gefahren, alles gut gegangen, na, und dann zwei, drei Jahre später kam der Uwe zu mir ins Büro rein, in Köln, bei Törner, und er sagt, du, wie sieht es aus, möchtest du das Auto haben? Ich sage, klar. Ich sage, was muss ich noch drauflegen, na. Dann hat er mir eine Summe genannt, die war wirklich freundschaftlich, ja, und so bin ich dann zum ersten Rallye-Auto gekommen. Wow. Na, die KBB. Hat Björn Waldeckart jemals nochmal wieder an das Auto gedurft? Ja, 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 ja. Ja, also mit dem Björn, nach seiner Karriere, hatte ich mit dem Björn eigentlich ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Wir haben oft telefoniert und er wurde oft noch gut eingeladen, ne, und er hat immer gesagt, ja, ich komme, aber nur mit der Gruppe B von Ernst Kopp. Ne, und so hatte ich immer die Prämisse, ich war immer dabei. Ja, okay, okay. Und das war natürlich schon toll. Wir waren auch mal eingeladen, nach, zweimal sogar nach Japan mit dem Auto, zur Sinjiro Rallye, ne. Und beim ersten Mal, das war ganz kurz, dann mussten wir das Auto fliegen, ne, nach Japan. Die haben alles bezahlt. War klasse. Wir waren da, der Björn war der Hero und dann war der Mr. Toyota da, ne, Handshake und der ist mit dem Björn dann mitgefahren und der saß in meinem Auto. Alles in dem Auto, ja, Wahnsinn. Der Mr. Toyota himself, ne. Wahrscheinlich war der Flug allein schon teurer als das, was ich für das Auto bezahlt habe. Ja, ja. Das war bestimmt brutal teuer, ne. Das zweite Mal haben wir es dann mit dem Container geschickt, ne. Aber solche Einladungen mit dem Björn, es war immer gang und gäbe, ne. Gutwut waren wir bestimmt zehn, zwölf Mal miteinander und dann waren wir in Österreich, haben wir Rallys gemacht und dann halt jedes Jahr down, ne. Und, ja. Das ist natürlich das Tolle, wenn man so Originalautos hat, dass da diese Begehrlichkeiten auch da sind. Genau wie Sie sagen, Gutwut und die alten Fahrer wollen das gerne nochmal wieder fahren, da erlebt man natürlich wirklich tolle Sachen. Ja, ja. So eine gute Eintrittskarte. Eintrittskarte. Diese Autos, die waren halt schon mein Leben, ne. Die Gruppe 4, die Gruppe B, dann 185er, dann die Gruppe S damals, die gekommen ist und leider wieder eingestampft wurde. Das ist das nächste Auto, was Sie hier stehen haben, ein MR2. Und das ist tatsächlich was ganz, ganz Besonderes, weil es natürlich hat keine Rallye-Geschichte, aber ist ein fast fertig entwickeltes Rallye-Auto. Ja, ja. Also wirklich hier die MR2 mit dem Code DRIPLE2D222D war schon ein wirklich spektakuläres Auto. Das sollte eigentlich damals, das haben die in Japan alles geplant, gebautes Auto, sollte so ein Lunch-Jahr-Audi-Killer werden für die Monte Carlo Rallye 1987 dann. 86 haben wir mit den Autos getestet. Wir hatten zwei Autos in Köln, einen mit quer eingebauten Motor, es war ein Gravel-Auto und dann eben dieses Auto, wo jetzt hier steht, mit längst eingebauten Motor für Asphalt. Und Toyota hatte da schon verschiedene Variationen geplant gehabt. Ich habe auch noch die Originalpläne hier, wo man sehen kann, wie der Motor eingebaut werden sollte. Einmal das Getriebe nach vorne, Motor nach hinten und, und, und. Die hatten also schon tolle Variationen geplant. Wir waren dann auch oft testen. Da waren wir in Schottland oben, mit einem quer eingebauten Motor und der Björn hat getestet und ich weiß noch, der hat da mal einen Standing Start gemacht. Wow, 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 wow und lässt die Kupplung kommen, paff, ne. Vier Meter weiter lag alles auf dem Boden. Getriebe in Teile, Öl lief überall raus. Oh Gott, ne. Es war ein Alu-Getriebe-Gehäuse, war total zerrissen. Gott sei Dank haben wir noch eins dabei und dann, aber das zu wechseln, das war schon ein Tagesjob. Da waren wir acht Stunden dran. So verbaut war die Karte. War brutal. Ja, und Waldegaard hat gemütlich geschlafen und vielleicht noch eingetrunken und sie haben geschraubt. Ja, und wir haben geschraubt dann bis in die frühen Morgenstunden, aber es war halt so. Ja, ja. Aber jetzt, das ist ja auch so verrückt, also das Auto, ich glaube, das war der große Nachteil daran, längs eingebaut, quer eingebaut, die quer eingebauten Motoren waren fast nicht zu schrauben. Auf einer Rallye war das eigentlich immer das sichere Aus, oder? Ja, da wäre es verloren gewesen. Das war unmöglich. Ja, ja. Da war es, also bei diesem Auto mit längs eingebauten Motor und Getriebe schon einfacher. Aber es ist faszinierend, das Auto jetzt hier stehen zu sehen, tatsächlich, also eins von zwei oder drei, was es gab. Und wenn man die Celica, wenn man die Haube hochhebt, wo man noch richtig Blech in der Hand hat und wenn man das dann hier sieht, ist alles Carbon. Ja, ja, das war damals schon wirklich so der Nonplusultra, was die da machten, von der Homologation her. Gewicht, Gewicht, Gewicht und Power ohne Ende. Gewicht so wenig wie möglich, aber Power ohne Ende. Da musste da sein. Und dieses Auto haben wir mal einmal, glaube ich, getestet in Knockhill in England, oben auf dem Flugplatz. Das war das einzige Mal und danach wurde ja leider nach dem Unfall von Henry Theuwen in den Corsica dann die QBS eingestampft. Und diese Autos haben wir dann halt in Köln stehen gehabt. Eins haben wir mit dem Quermotor komplett neu aufgebaut und der mit dem Längsmotor, der stand halt in der Ecke rum, da haben wir auch Teile ausgebaut, die wir wieder benutzen konnten, für den anderen aufzubauen und und und. Und ja, Ende 2009, wo wir aufgehört haben mit Formel 1, auch eine separate Story Formel 1. Da kommen wir gleich noch drauf. Also jetzt. Ja, ja. Und dann kam der Japaner zu mir, mit dem ich 25 Jahre lang auch schon zusammengearbeitet habe. Da sagte er, ja, tut ihm leid, wir mussten ja alle entlassen damals, mussten gehen. Und ja, da sagte er, ja, wenn du mal was Gutes tun für mich, soll ich ihm sagen. Und dann sage ich so, ja, ich schicke dir da ein Rallyeauto. Wir haben schon ein Bierchen getrunken oder zwei, waren ganz gut dabei und dann sagt er, oh, okay. Das sagt er, nehmen wir ins Museum. Dann ging man ins Museum und dann stand das Auto da und dann hat er gesagt, dieses Auto würde ich gerne kaufen. Da sagt er, ja, ich muss jetzt erst nach Japan und fragen, wie viel das noch in der Bücher steht. Ja, und dann kam er auch in Bernouard dann zurück, haben wir dann ein E-Mail geschrieben. Dann sagt er, ja, das Auto steht mit der Summe noch in der Bücher. Wenn ich es haben will, kann ich es kaufen. Ja, okay. Boah, ich hatte gerade ein Haus gekauft. Ich denke, boah, Schwiegervater. Ich sage, Schwiegervater, du musst mir Geld lehnen. Ich muss das Auto haben. Getrennt, gemacht, alles da. Im nächsten Tag, zwei Tage später, bin ich dann nach Köln gefahren und habe dann das Auto abgeholt und einen Kaufvertrag gemacht und alles. Und ja, so hatte ich das Auto. So steht das jetzt hier. Dann stand es aber, wie wir auch hier, zehn Jahre rum fast und dann für 2017 Eiffel Rallye Festival sagt der Renner gleich, hey, du musst jetzt mal das Auto hier, wir müssen das präsentieren. Und ja, haben wir dann zum Laufen gekriegt, nächtelang geschraubt wieder und ja, dann sind wir mit dem Auto dann in der Eiffel gefahren, 2017. Wahnsinn. Also, und das ist schon nicht ein ganz leichtes Unterfangen, so ein Auto zum Laufen zu kriegen, oder? Also sind ja alles Spezialteile, oder nicht? Ja, ja, das ist wirklich ein One-Off, muss man sagen. Der Motor ist wieder anders als der, der im anderen Auto drin ist, wo der Motor quer drin ist. Passt kein Teil von einem auf den nächsten. Und wir hatten eine defekte Wasserpumpe, die konnten wir noch schnell auf die Schnelle reparieren und war halt sehr viel Magnesium dran verbaut. Und über die Jahre ist das eben korridiert, verrottet. Und haben wir das alles notdürftig geklebt und gepflegt und sind wir die Rallye dann gefahren, hat alles gut funktioniert und danach bin ich hier nochmal rumgefahren und hier undicht und da und öfters dann den Motor ausgebaut und Ersatzteile gab es nicht, aber ich habe Zeichnungen gekriegt aus Japan, wo ich einen guten Kontakt dahin habe und haben wir die Teile nachbauen lassen für großes Geld. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja alles, es gibt dieses Zahnriemen Beispiel, das gefällt mir gut. Ja, der hat einen Zahnriemen. Ja, ja, ich hatte den Motor ausgebaut, weil die Wasserpumpe kaputt war alles und dann haben wir gesagt, okay, wenn jetzt der Motor schon raus ist, dann werden wir auch den Zahnriemen erneuern. Und ich blauäuchte, ich denke, ja, den kriegst du noch beim, das ist ja ein Standardteil, Töterhändler, ohne und ja, nichts bekommst du. Und wenn man zerschneiden würde, wäre er 2,20 Meter lang. Das ist ein elendlanges Ding. Tja, ja, was mache ich jetzt? Du kriegst nirgendwo so ein Zahnriemen. Töterhändler in Japan, die haben mir geholfen, ja, das hat eine Firma gemacht in Denver, in Amerika drüben, haben sie mir die Adresse gegeben, ich habe die angeschrieben. Ja, die haben die Zahnrieme gemacht, aber die Form, wo sie den drin gegossen haben, gibt es nicht mehr. Tja, was mache ich jetzt? Da sagt er, ja, die können die Form machen. Da kostet aber der erste Zahnrieme 40.000 Dollar. Tja, klar, hier, ne, das geht natürlich schon mal gar nicht, ne. Und dann habe ich gesucht, geguckt und die Zahn, oder die Zahnform ist natürlich auch speziell, ne, das ist jetzt nicht eine Zahnform, die es überall gibt, die war speziell für Toyota gemacht, ne. So, und dann habe ich einen Mann kennengelernt, der fährt Alpha-Rundstreckenrennen, auch historisch, und in dem kam er ins Gespräch und dann sagt er, ja, und er arbeitet da und da, die machen Zahnriemen, Zahnriemen? Oh, sage ich, ich brauche einer, ne. Sag er, komm, ich kann Ihnen bestimmt helfen, ne. Und dann habe ich den besucht in Mannheim, Zahnriemen mitgenommen, da sagt er, ja, er meldet sich so schnell wie möglich, ne. und dann meldet er sich eine Woche später und sagt, Herr Kopp, ich habe einen Zahnriemen, allerdings, fünf Zähne zu viel, können wir nicht rausschneiden, geht nicht, ne. Ja, was machen wir? Dann haben wir halt, da war dann, kam mein Freund Erich Samson ins Spiel, seines Zeichen Feinmechanikermeister, und dann haben wir, er hat dann neue Umleingroller gemacht, die im Durchmesser größer waren, so lange, bis wir den Zahnriemen spannen konnten, bis wir die, da wir die fünf Zähne auffangen konnten, ne. Gott sei Dank, und dann, ja, es war auch wieder, ging wieder acht Monate ins Land, ne. Und so war das halt immer wieder Stück für Stück, dann war hier wieder was und nicht, und, und, ne. Neues Wasserpumpegehäuse fräsen lassen, oben neues Wasserrohr machen lassen für über 5000 Euro, ne, also, da geht schon Geld weg, ne. Aber, er ist zusammen und er läuft, ne. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Problem hatte ich noch, ähm, der lief dann nicht richtig, dann habe ich neue, habe ich neue Einspritzdüsen noch machen lassen, in England, und, ja, dann, man musste mal wieder Zündung nachstellen und so weiter, kann's nicht, geht nur alles über die ECU, ECU von 1986, in die Bontenso, Japan, die, die fragen konnten, die waren schon alle tot, ne, was machen wir jetzt, ja, müssen wir auf ein Modernes gehen, ne. Und dann haben wir jetzt eine Magneti Marelli eingebaut, Motorlift, also vom Prüfstand, neu gemappt und alles, ja. Und jetzt läuft er wieder, Gott sei Dank. Wie fährt er sich? Ähm, fährt sich eigentlich so wie, wie ein Go-Kart, ne. Hat ja keine Servolenkung, ne, nix. und, aber wenn du Gas gibst, dann geht der Hände schön runter, dann kannst du schön wirklich leicht lenken, ne. Ist Björn Waldeck hat den nochmal gefahren jetzt? Ja, mit dem eigentlich, außer, nee, damals nicht mehr, aber er hat immer gesagt, äh, äh, fährt sich wie ein Schwein, Wenn du Gas gibst, da geht gar nichts und dann kommt auf einmal der Turbolader, sagt er, das Ding geht ab wie Sau, ne. Das ist halt das Turboloch, das gibt's ja heute nicht mehr, aber damals gab's den, hast du Gas gegeben, hast du gewartet, ging dein Auto weg, ne. Wie viel PS hat der ungefähr? Ähm, bis 600 kann man gehen. Bis 600, und wie viel Gewicht? Turbo, 1100 Kilo. Turborad drin, also man konnte schon mit dem Turborad spielen, ne. Große Turbolader, bis 600 PS und haben wir schon Respekt, ne. Ja, das ist glaube ich nicht schlecht. Respekt sollte man haben. Aber der Wagen, der sieht so brutal aus und das ist, schade, dass man die Autos nicht hat fahren sehen. Ja, schon, ja. Wäre sicherlich eine spannende Zeit geworden, ne. Audi, Peugeot, Toyota, die nochmal alle gegeneinander bringen lassen. Also das wäre wirklich ein bestimmtes guter Render gewesen, für aufs Treppchen zu fahren, ne. Wahnsinn, aber toll sowas zu haben. Also das ist, klingt ein bisschen finanziell belassend, das Ganze zu unterhalten, aber wenn man das hier stehen sieht, das würde mir schon fast reichen. Ja. Ich vereindrucken. Und das ist natürlich umso toller, dass sie die ganzen Autos noch beim Eifel Rally Festival mal präsentieren. Ja. Und dass man die da sehen kann. Ja. Das ist auch eine Veranstaltung, die muss, eigentlich sollte jeder mal besucht haben, weil das ist echt toll und wie Sie sagen, die alten Haudingen legen auch gerne mal ein Auto aufs Dach. Oh ja, ja, Also Schrott haben auch viele produziert. Den kann man nicht sagen, gibt nicht Vollgas, sondern die haben ja auch einen Namen zu verlieren. Ja. Irgendwann ist Toyota in die Formel 1 gegangen. Ja. Wie war das für Sie? Also als da die Meldung kam, jetzt machen wir Formel 1 und nicht mehr. Ja, wir waren ja schon ein bisschen mit Rundstrecke dann vorbelastet, weil wir hatten ja zwei Jahre vorher Le Mans gemacht. Le Mans, ja. und da hieß es ja, okay, wir machen parallel zur Rallye-WM mit der Corolla damals, machen wir Le Mans. Ja, wunderbar. Und dann haben wir halt mehr Leute eingestellt und und und. Damals haben wir den André de Contas als Chefingenieur, der kam ja von der Rundstrecke auch, hat Le Mans schon gemacht öfters. Den hat der Uwe dann eingeholt als Projektleiter und Chefingenieur und dann haben wir Le Mans gemacht, zwei Jahre lang. Lief auch ganz gut, wir haben oft geführt, aber zum Endeffekt. Oft Pech gehabt. Auch Pech gehabt. Gegen Porsche, ja. Mit dem GT1, wo ja eigentlich jeder gesagt hat, also wenn Toyota mit dem Wagen kommt, dann fahren sie alles in Grund und Boden. Ja, wir haben damals sehr viel getestet. Waren Lucy Lewis in Frankreich oft zum Testen und wir hatten hinten auf dem Hof haben wir eine Halle gebaut und da drin haben wir den Le Mans Pit Stop oder die Box haben wir nachgebaut, eins zu eins, damit wir üben konnten. Da haben wir trainiert. Also haben wir schon sehr viel Zeit investiert und wir wollten, der Kontor sagt, wir gehen da hin, wir wollen gewinnen. Der hat die Leute wirklich da gut drauf vorbereitet. Der war schon klasse. Gut, Japaner haben gesehen, läuft ganz gut. Jetzt machen wir Formel 1. gab es ein Meeting in der Rallye-Halle, in der Rallye-Werkstatt und dann hat der Owe das präsentiert. Ich glaube, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Und dann haben wir halt Ende 2000 Rallye aufgegeben und sind dann in die Formel 1 eingestiegen. Und das war eigentlich schon eine riesen technische Herausforderung. Schon mal personell, wir haben ja dann aufgestockt, Leute eingekauft, ohne Ende, wir haben eine neue Werkstatt gebaut, wir haben Windkanal gebaut, wir haben das Auto haben ja komplett alles selbst gemacht. Eine riesen Kompositabteilung, CNC-Abteilung, da kommt man nur von Träumen. War wirklich klasse in der R&D-Abteilung mit sämtlichen Prüfständen, die wir brauchten. War alles da, alles. Was war Ihre Aufgabe? Ich war dann Workshop-Manager, da war ich vorher schon während der Rallye-Zeit noch und war Workshop-Manager in Le Mans und dann eben auch in der Formel 1. Was genau heißt Workshop-Manager? Für Leute, das ist jetzt vielleicht nicht so. Ja, ich habe ja das Privileg gehabt, Leute einzustellen. Ich habe die ganze Planung gemacht, Aufbauplanung, viel mit Teileplanung zu tun gehabt, wann was, wann welche, Auto muss, Einsatzplanung mitgemacht. Ich hatte da fünf Abteilungen, da war Getriebeabteilung, Hydraulik, Fahrwerksabteilung, dann der Fahrzeugaufbau sowieso und dann die ganze LKW-Mannschaft, da habe ich betreut. War schon eine riesengroße Aufgabe, aber war eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, ich glaube auch gerade die ganze Planung in der Formel 1, weil es ja nun wirklich global ist, ich meine gut, Rally auch, aber der Trost bei der Formel 1 ist ja noch mal ungleich größer, oder? Ja, ja, das war Wahnsinn. War Wahnsinn für die zwei Autos, Sonntagmittag im Kreis fahren zu sehen, aber schon. Die ganzen LKWs, die da Material ranschleppen und so, wo alles getauscht werden muss im Nullkommanix. Ja, ja, also wir hatten auch, da hatten wir einen Servicepunkt aufgebaut. Wenn ich es gesehen habe, in der Werkstatt war nicht viel zu tun, haben wir gesagt, okay, machen wir Pitstop-Training. Und wir haben da getrainiert bis zur Vergasung. Wir hatten da damals einen Japaner, der Tosh Akioko, und der war da richtig gut. Wir haben Kameras aufgebaut auf jedes Rad, von vorne, hinten, und haben da trainiert. Und dann hat er eine Analyse gemacht und hat geguckt, wer ist Linkshänder, wer ist Rechtshänder, wer kann das Rad vorne besser wechseln, wer kann hinten, wer ist besser mit dem Waageheber vorne, hinten, wer hat die Kraft, und, 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 und da haben wir wirklich gefällt bis zum Schluss. Oder wie man mit dem, schon wenn das Auto noch fährt, mit dem Schlagschrauber mitgeht und dann direkt damit das Zentrum lösen kann, und, und, und. Wir haben Lenkradwechsel trainiert, Nasenwechsel trainiert, Heckflügel, und wir haben den Rad natürlich rauf, runter. Unglaublich. Haben Sie die Mechaniker auch zum Krafttraining geschickt und zum Fitnesstraining? Ja genau, also wir hatten damals dann auch die für Plädierten eigene Fitness-Tente zu kriegen und haben auch bekommen. Und wir hatten auch einen separaten Fitness-Trainer. Die Jungs konnten also in der Pausen, Mittagspause, abends hochgehen, zum Trainieren. Und da wurde extra ein Plan aufgestellt für die Jungs, was trainiert werden muss. Wahnsinn. Unglaublich, oder? Also Formel 1 ist nochmal das... Das war damals wirklich ein Traum. Wir hatten, wie gesagt, das Fitness-Tentrum, wir hatten eine riesen Kantine, wir hatten alles, alles. Nur kein Sieg. Ja, manchmal reicht Geld nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, gehört auch vielleicht ein bisschen Glück dazu oder ein bisschen mehr Erfahrung nach Formel 1. Auf unserer Ebene, wir waren uns einigen, wir waren wirklich ein gutes Team, aber über uns, das Management, die haben sich halt nicht immer, ja, die waren nicht immer einer Meinung oder was auch immer. Also Formel 1 ist schon ein schwieriges Geschäft. Das glaube ich auch. Wir haben gesagt, die letzte Sekunde, um zu gewinnen, da kannst du wahrscheinlich eine Million investieren oder mehr. Also aber die Materialschleitung nach Formel 1, das hört man ja immer wieder, das ist, muss wirklich. Gut, dann hat ein Wienkanal nicht mehr gerechnet, haben wir nur einen zweiten bauen lassen, um zu vergleichen. Dann haben Sie es manchmal bedauert, dass Sie nicht mehr in der Rallye waren? Ja, ich muss sagen, Rallye war schon mein Leben, das war schon, wir sind siebenmal Weltmeister geworden, Fahrer und Markenweltmeister, aber die Formel 1 war schon eine Herausforderung, von der Technik, man wollte es schon mal erleben, mal wissen, wie es geht und es war halt schon, war die oberste Liga. Also irgendwann haben wir die Formel 1 in den Rallye-Sport halt überholt. So direkt, 80er Jahre war der Rallye-Sport schon Nummer 1. Ja, glaube ich auch, vom technischen Aufwand her ebenbürtig. Aber wie gesagt, die Formel 1 hatte auch seine Reize gehabt. War schon eine tolle Geschichte. Aber wie gesagt, Ende 2009 haben die leider den Stecker gezogen. War es für Sie eigentlich mal eine Überlegung, als Toyota in der Formel 1 war, zu sagen, ich gehe zu einem anderen Rallye-Team oder hat man mal versucht, sie abzuwerben oder dass man während der Formel 1 vielleicht wechselt oder so? Nee, eigentlich war das für mich nie ein Thema. Also ich hatte mich schon Toyota gewidmet. Mein Leben und Selten, ich war, haben wir dort geheiratet, ich habe dann in den Kerben gewohnt, ausgebaut, Familie war da. Und durch die Formel 1 war ich ein bisschen öfter zu Hause, weil ich habe nicht jedes Rennen mitgemacht. Weil die Familie, ja, man muss doch schon eine Familie haben, die mitzieht. Sonst kannst du das nicht machen. Und Gott sei Dank hat man dann halt eine Frau gehabt, die das mitgemacht hat und ja, die Kinder haben halt den Papa am Wochenende mal gesehen. Aber naja, ich versuche jetzt einiges wieder gut zu machen. Können Sie Ihre Söhne für den Motorsport begeistern? Haben die das so ein bisschen übernommen oder was haben die? Ja, eigentlich schon. Also die haben immer auch Spaß gehabt, wenn der Papa was mitgebracht hat von der Rallye. T-Shirt von der Rallye oder von der Rallye und Toyota hat dann auch mal Familientage gemacht, wo die Familien sich kennengelernt haben. Die konnten in Betrieb gucken, wo die Kinder dabei waren und ja, mein Sohn, der ist ja, auch Ingenieur, der ist bei Ford in Köln und der kleine Sohn, der macht ganz ein duales Studium auch in Maschinenbau. Ja, Tochter ist Marketing tätig. Also, und alle haben immer den Papa, ja, unterstützt, sag ich mal. Das ist doch gut, aber gleich drei Kinder, die sie vermisst haben am Wochenende. Ja, ja. Aber ich finde, gerade wenn Sie jetzt sagen, ihr einer Sohn ist bei Ford in Köln, wie reagiert der denn drauf, wenn Sie von früher erzählen? Der muss sich da auch an den Kopf fassen und sagen, was ist das denn für eine Welt gewesen, oder? Ja, also am Anfang oder früher, da haben die so nie nachgefragt, aber jetzt heute, wenn man sich trifft und so, wenn man davon redet, Papa, wie war das damals? Wir sind auch Motorradfans, wir gehen oft zum Motorradrennen. Ja. Und wenn man oben sieht, dann quatschen wir dann schon mal. Fahren Sie auch noch Motorrad? Ja, ja. Was fahren Sie? Ich habe ganz viele Hörer, ich bin tatsächlich Motorrad nicht so bewandert, aber ich habe ganz viele Hörer, die immer sagen, mach doch mal mehr Motorrad, jetzt müssen Sie wenigstens sagen, was Sie fahren. Ich fahre BMW. Ich habe auch mal eine Ducati gehabt, um für die Rennstrecke zu fahren. Mein Traum war auch mal, Motorradrennen fahren zu werden, aber ich hatte nie das Geld dafür. Motorsport war immer im Blut drin. Und in der Zeit, wo wir mit diesen Autos, mit dem Carlos, da waren wir Malboro gesponsert und da gab es das Team von Kenny Roberts, Malboro Team. Und wenn die in Hockenheim waren, wem im Lauf, da waren wir dann eingeladen. Da war ich mit dem Ovidar, mit dem Sölvi Andreas und ich und da saß dann Kenny Roberts am Tisch. Zuerst waren wir in der Box, abends waren wir essen. Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Randy Mammola. Das war ein Highlight. Wieder das alte Waldegard-Feeling mit allen an einem Tisch zu setzen. Wenn ich das heute meinen Jungs erzähle, die schwärmen da schon davon. Aber war das für Sie, das wäre auch noch mal so eine Frage gewesen, haben Sie mal so dahingeschielt, dass Sie eigentlich gerne selber gefahren wären? Also als Fahrer, Rallye-Fahrer oder Motorrad? Oder war das tatsächlich nur ein Geldproblem? Das war immer ein Geldproblem. Ich wusste, ich kann es mir nicht leisten, deswegen war ich halt doch mit Lebe und Seele ein Schrauber. Die Jungs, die fahren auch Motorrad, wir fahren oft miteinander mal zusammen weg. Mit dem Papa freut mich auch, wenn die Jungs da mitziehen. Schon eine tolle Sache doch. Und was für eine BMW fahren Sie? Eher sportlich? 1200er RS und ich habe jetzt auch noch eine GS geholt, damit man ein bisschen mehr aufrecht sitzt. Sohnemann fährt, der Mann hat eine kleine, der Markus und der Simon fährt eine Triumph. Ja toll, wenn man so ein Hobby teilen kann. Ja doch, wir waren dieses Jahr mal in Portimao beim Rennen und ja, ich habe da auch noch ein bisschen Connections, da kriegt man ab und zu mal ein Kärtchen und da geht es ganz gut. Ich komme auch ein bisschen hinter die Box. Nach Toyota sind Sie zu HRT gegangen. Oh ja, das war tatsächlich, da haben Sie mal so die andere Welt erlebt, einmal mit Budget, was kein Ende kannte und das Ende der Veranstaltung. Also ich komme wirklich von einem Team, wo alles hatte, in einem Team, wo nichts hatte. Also HRT, das muss man sagen, 2010 war das? Das war 2010, ja das auch. Wir waren ja gekündigt und wir waren gerade hier in das Haus eingezogen ein Jahr vorher und dann sagte ich zu meiner Frau, ich sage, weißt du was, jetzt mache ich mal ein paar Monate nichts. Machen wir mal nur Familie und und und. Ja und dann kriege ich einen Anruf, das war Anfang Februar, vom Günther Holzer. Und dann sagt er, Ernst, was machst du? Ich sage, ich mache jetzt gar nichts. Dann sagt er, hey komm, hast du mal Zeit, kommst du nach Augsburg runter zu mir? Ich sage, ich habe da was vor. Ich habe da, irgendwas vor und da hätte ich dich gern dabei. Ich sage, ja Günther, okay, ich komme. Dann bin ich nach Augsburg runtergefahren, den Günther kannte ich von der Rallyezeit her und hatte mir offenbar Zeit, Ernst, wir machen Formel 1. Bist du dabei? Ich sage, Günther, wie habt ihr das geplant? Was habt ihr vor? Ja, sagt er, da gibt es ein Rallyeteam HRT, die haben in Spanien angefangen, aber ich glaube, das war der Campus, der ging dann pleite. Aber der war eingeschrieben, die Autos müssen an den Start. Ja, ich sage, und jetzt? Ja, die Autos, die waren bei Dallara gebaut in Italien und ja, ich sage, das heißt also 2010 dann testen und 2011 einsteigen. sagt er, nein, nein, im März müssen wir in Bahrain fahren, der Björn, ich muss die Autos haben, die Edelstow, ne? Ich sage, Günther, das ist ja ein Höllenfahrtskommando, ne? Ich sage, habt ihr Pitt-Equipment, habt ihr das, habt ihr das? Dann sagt er, ja, das holen wir in England vom Aguri Suzuki, von dem Team, das ging ja damals pleite, ne? Boah, ich sage, Günther, das ist eine heiße Sache, ne? Ja, sagt er, überlegst du, sagt er, da steht dich gern dabei. Ich bin nach Hause gefahren und ich sage so ein Jahr, boah, ich weiß ja nicht, das ist ein Himmelfahrtskommando, ne? Ich sage, boah, aber irgendwie hat es mich greizt, ne? Und dann, ruf mich der Günther eine Woche später an, da sagt er, du, der Colin Kolles, der das geleitet hat, möchte ich gerne kennenlernen, dann kannst du nochmal runterkommen, ne? Ja, dann war ich, bin ich nochmal runtergefahren, mit dem Kolles geredet noch und er sagt, ja, wir sind nicht so ausgestattet wie Toyota, ihr wart ja alle verwöhnt, und und und, ihr habt ja alles gehabt, und und, und ja, da sagt er, ja, das ist irre, ob sie mich haben wollen oder nicht, ne? Und ich bin dann gegangen, ich hatte nichts, ne? Kein Vertrag, nichts, und ich sage, okay, da bist du raus, ne? Dann, Ende Februar, nee, war Mitte Februar, rief mich der Holzer wieder an, der Günther, und dann sagt er, es war mal Sonntagmittag, ich war gerade mit der Familie unterwegs, der Motor rief dann, dann sagt er, du musst morgen früh um sieben in Parma sein, bei der Lara. Die kriegen die Autos nicht zusammen, ne? Du musst da runter. Ich sage, Günther, ich habe nichts, kein Verhalten, seid ihr ernst, wir kennen doch uns lang genug, das klären wir alles ab, ne? Und ich muss sagen, auch der Günther Holzer, wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch, ne? Toller Chef, und was der macht, das macht der Hundeponsi, und der steht auch dahinter, ne? Und, äh, wirklich ein toller Mensch, ne? Toller Chef. ich, ne, das war dann am Sonntagnacht, bin ich dann noch Parma runter, gefahren mit dem Auto, und um sieben Uhr war ich ein paar Mal bei der Lara, Montagmorgen. Und dann haben wir uns die Autos angeguckt, zwei Autos, okay. Gut, da waren dann Leute von Holzer, von seinem Mechaniker, da waren Leute von Kolles, seine Mechaniker, und da waren noch ein paar Spanier, und als Ingenieur war da der Geoff Willis, und, äh, Ekelhard, alte Formel 1, Hautegen, ne? Och, denke ich mir, Junge, Junge, keiner hat so richtig Englisch gesprochen, ne? Von den Jungs, ne? Aber irgendwie haben wir das dann zusammengekriegt, ne? Und da muss ich sagen, da haben wir wirklich, ich war so dann der Chefmechaniker, und, äh, ich habe morgens, mittags, abends Meeting gemacht, wir brauchen das heute, wir brauchen das, wir brauchen das, ne? Die, die und die Teile, Systemaufbau kann ich schon von der Tür daher, wie wir die Autos aufbauen, ja, dann haben wir die aufgebaut, wir haben immer drei, vier Stunden geschlafen, und dann wieder, ne? In einer Woche haben wir dann zwei Autos aufgebaut, plus, noch einen Showcar auch noch dazu. Und das war wirklich, wir haben da wirklich Tag und Nacht gerödelt, ne? Dann haben wir die Autos zusammengemacht, starten durften wir ja nicht, starten kommt man nur an der Strecke dann, und dann am Freitag von Freitag... Sie durften die Motoren auch in der Halle nicht anlassen? Ne. Das wird kontrolliert tatsächlich? Ne, die waren verplompt, man durfte die nicht starten. Okay. Wir haben die Autos soweit alles zusammengehabt, ne? Wir konnten zwar Funktionstests machen, über Elektronik und so weiter, aber Anlauf verlassen konnten wir nicht. Okay. Ja, und dann, das war von Freitag auf Samstag, nachts haben wir um vier Uhr die Autos verladen, in die LKWs, von Parma nach München, München in Flieger nach Bahrain. Und wir sind dann am Sonntag hinterher geflogen, schnell nach Hause, Koffer getauscht, und dann ging es los. Meine Frau sagt, du bist verrückt, ne? Ich sag, ja, ich mach, sie sagt, willst du jetzt da noch... Ne? Ich sag, ja, komm. Ich sag, ich mach die erste zwei Rennen, hab ich dem Günter Holzer versprochen. Ich sag, und dann suche ich mir hier einen Job in der Nähe, damit ich zu Hause bin, ne? Der hat gesagt, gedeihen wir noch Bahrain, wir haben da die Autos fertig gemacht, ne? Achso, eine Sache, ich muss nur sagen, nachts, wo wir die Autos verladen haben, nachts um zwölf hatten wir ja die Autos soweit fertig, nicht noch mal die Autos verladen, da kam ein Mann, die Treppe runter, Anzug, Krawatte, und dann sagt er, where's Mr. Cop? Ich sag, hier. Ich sag, I'm Mr. Dallara. Das war so eine Potsamlichkeit, wie in O. Werdersson, ne? Und dann sagt er, thank you, without you, we would have not managed to get the cars ready. Ich sag, war nicht, ich ist allein, das war hier, das ganze Team, wir haben einen tollen Job gemacht, war wirklich toll. Und das haben wir dann, das war mal wirklich mehr wert wie 1000 Euro, ne? So eine, so ein Handshake vom Dallara zu kriegen, ne? Ja, gesagt, getan, ich hab meiner Frau versprochen, ich mach nur die zwei ersten Rennen, und dann bin ich zu Hause, gut, ich dann nach Frankfurt gefahren, mit dem Zug, und dann ging's nach Bahrain. Und in Bahrain haben wir dann, von Montag bis Donnerstag, die Autos fertig gemacht, ne? Und da waren wir dann auch ein paar mehr Mann, Pit Installation gemacht, alles Auto gestartet, wunderbar, hat alles funktioniert, die Fahrer waren damals, der Bruno Senna. Bruno Senna, wollte ich gerade sagen, großer Name, und Karin Chantok. Und Karin Chantok, aus Indien, ne? War klasse. Und dann, ja, sind wir dann, am Freitag war ja P1, Practice 1, und da hatten wir ein Auto fertig, der Bruno ist dann gefahren, und am Samstag hatten wir beide Autos draus, bei P2, und Qualifying gefahren, alles wunderbar, ganz hinter natürlich, Laterne haben wir bekommen, ne? Aber wir hatten beide Autos am Start. Und da kam der Bernie Eccleston zu uns in die Box, und hat sich noch bei uns alle bedankt, dass wir das geschafft haben, beide Autos da an den Start zu kriegen. Weil er hat ja versprochen gehabt, dass die Autos da sind, ne? Ja, klar. Ja, und dann haben wir das Rennen gestartet, beim Bruno, ich glaube ich, ein Schlauch, Schlauchschelle geplatzt, irgendwas, und der Karin hat ihn weggelegt. Gut, das war halt, ne? Weil wir haben dann noch Pitstop geübt, wir haben ja noch keinen Pitstop gemacht, nix, ne? Und der Joe Bauer ist ja da der Repräsentant von der FIA, ne? Bis zum Joe hin, ich sage, Joe, wir müssen noch Pitstop üben. Ich sage, können wir das am Sonntagmorgen machen? Ich sage, wir haben noch nix gemacht. Ja, er sagt, ach komm, wir waren ja alle platt, ne, die Jungs. Wir haben noch kein Pitstop, wer hat schon mal Reifenwechsel gemacht, haben wir so die Leute eingeteilt, ne? Mit dem Ingenieur, mit dem Boris Börmes, und, ja, dann haben wir noch Pitstop geübt, war neun Sekunden. Ja, das war dann, aber wir mussten Gott sei Dank keinen machen, und wir sind leider dann ausgefahren. Sie sind ganz Jahresreifen gefahren, oder was? Ja, ja, ja. Ja, und Tom? Wie lange war der Pitstop bei Toyota? Oh, das war zwei Sekunden, zwei, drei, zwei, vier Sekunden, war richtig schnell. Also in neun Sekunden haben Sie noch die Nase, Heckspoiler und noch den Motor gewechselt. ja. Das ist unglaublich. Wenn Sie sich das vorstellt, dass Sie vorher, also dieses, also, dass Sie vorher mit Kameras an jedem Reifen und den Pitstop optimiert, und zum Schluss fragen Sie sonntags morgens, ob man das vielleicht noch mal kurz durchschieben darf. Naja, das war Wahnsinn. Wahnsinn, was Sie alles erlebt haben. Wir haben, wir hatten keine Tankmaschine zum richtig betanken, die haben wir dann von Toyota abgekauft, das habe ich organisiert. Wollte ich gerade sagen, haben Sie noch Leute mitgebracht von Toyota, oder konnten Sie noch mitnehmen? Ja, Gott sei Dank, das war ja, ich habe ja ein gutes Netzwerk, und ich konnte dann den Motorermann mitnehmen, da kam der Hoffi mit, der Josef Freyverscheid, der hat Getriebe gemacht, der Randolf Link war dabei, der war für Hydraulik zuständig, und, 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 bei Ingenieure waren da von Toyota, die waren schon ganz gut, hat wirklich auch Spaß gemacht. Das war noch mal eine Herausforderung zu zeigen, wir können es auch, wir können das noch. Die haben alle gedacht, die schaffen das nie. Aber überhaupt so ein Auto an den Start zu bringen, und alles in Time und so, also das... Und da kam sogar noch Dieter Gass rüber, der war Chefingenieur bei, vom Ralf Schumacher, glaube ich, bei Toyota damals, und der war dann bei Lotus, und da kam er rüber in die Box, da sagt er, boah, wir haben echt einen tollen Job, wir hätten aber nicht gedacht, dass hier die Autos daherbringen. Automaik als Coin, Handshake, ey, super gemacht, irgendwie, ja, hat Spaß gemacht. auch fies, ich kann mich daran erinnern, die HRT sind ja teilweise auf den Seitenkästen gefahren mit, hier könnte ihre Werbung stehen. so, also das ist ja... Ja, wir waren ein kleines Team, da war kein Geld da. Ich muss echt sagen, das Auto hat sich vom ersten bis zum letzten Rennen, bis nach Abu Dhabi, gar nicht verändert. Da war kein Aero, wir haben rauf, runter, Flügel anders gestellt mal, aber da war kein Geld für jetzt große Entwicklungsarbeiten zu machen. Das war eigentlich schade, weil wir waren wirklich eine gute Truppe, wir haben viel Spaß gehabt, wir waren nicht die Besten oder die Schnellsten, aber wir waren dabei, wir waren da und wir haben jedem Rennen teilgenommen, war wirklich schön und ja, Fahrer haben wir öfters gewechselt. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Sitze gegossen, wie bei HRT für die Fahrer, die haben wirklich immer gewechselt. Ja, da kamen ja manchmal auch Paid Driver, also Leute, die Geld mitgebracht haben, möglicherweise. Wir hatten einen Japaner, mir fällt der Name nicht mehr ein. Yamamoto. Yamamoto, genau. Da haben sie immer gesagt, die Mutti kommt mit dem Geldkofer und dann kommt noch Fahrer. Ja, ich glaube, 5 Millionen hat er mitgebracht. Das hatte ja auch eine andere Summe. Und was hatten Sie für ein Budget bei Toyota im Jahr? Wissen Sie das noch? Ja, da waren schon 200, 300 Millionen mit Tigerheit. Und bei HRT? 20 Millionen, glaube ich, über das ganze Jahr. Aber man kann auch für 20 Millionen ein Auto an jedem Rennen an Start bringen. Denkt man auch nicht eigentlich, dass der Unterschied so groß ist und man das trotzdem hinbekommt. Ja, ja. Und wir hatten, das Auto war nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Von der Technik her, klar waren wir nicht auf dem höchsten Stand wie McLaren, Ferrari oder das war halt nicht drin. Aber wir haben immer genug Teile gehabt. Wir hatten die Firma Holzer im Rücken, die uns immer die Teile überholt hat, neue Teile gemacht hat. Da muss ich heute noch wirklich sagen, da war der Günther wirklich top. Und die Firma war in Gerritsried ansässig, oder? Bitte? In Gerritsried war die Firma ansässig, oder? In Bobingen. Bobingen, Bobingen. Ja, ja. Okay. Also wir waren in Greding bei Ingolstadt mit dem Kolles-Team. Ja, der Kolles, der ließ sich ab und zu mal blicken, der wusste, ja, läuft alles, ne? Die Jungs machen das schon. Wie hat Ihre Frau reagiert, als das mehr als zwei Rennen wurden? Ja, nach dem zweiten Rennen, ich sagte, ja, er hatte, nach dem zweiten Rennen haben wir... Ich hatte Klippo, ich hatte die Finger überkreuzt, das war ja nicht so. Nach dem zweiten Rennen habe ich mich mit dem Günther getroffen, auf dem Rückweg von Malaysien, in München, im Flughafen. Und da sagte er, ernst, wie sie zu Hause kommen, kannst nicht nur die restlichen Seisungen auch mal. Ich sagte, Günther, ich habe meiner Frau versprochen, ich mache nur zwei Rennen. Ja, sagte er, komm, du kommst ja mit deiner Frau vorbei, und, ne? Ich sagte, da machst du halt mal einen schönen Urlaub mit ihr, und, und, ne? Ja. Bin ich nach Hause, ich sage, ich mache doch noch mal ein paar Rennen mehr, das ist okay. Aber nur unter der Bedingung, da wollen wir einen schönen Urlaub machen, ich habe mit ihr die letzten fünf Jahre keinen Urlaub gehabt, und, und, ich sage, komm, wir machen das, ne? Und dann muss ich sagen, und er hat wirklich genickt, und ich sage, okay, komm, sie wusste auch, ich lebe das einfach, ne? Und der Markus war ja noch klein, und ihm haben sie mal ein Renaudo mitgebracht, zum Spieler, oder T-Shirt und so, dann war das schon gut. Ja, dann mit HRT habe ich das gemacht, ne? Und man hat halt immer gemerkt, zum Jahresende hin, das Geld wurde immer weniger. Wie war das mit dem Gehalt? Ich will nicht wissen, wie viel sie verdient haben, aber kam das regelmäßig, oder war das auch so ein Ding, dass man immer mal zittern musste am Monatsanfang? Also, ich war beim Günter Holzer angestellt, und da kam es schon regelmäßig. Okay, alles klar. Und er hat schon auch geguckt, dass die Leute vernünftig bezahlt wurden, ne? Und das hat ganz gut funktioniert. Okay. War schon okay. Ja, das war gut. Ja, dann Ende des Jahres noch mal gemerkt, ja, okay, das letzte Rennen war in Abu Dhabi, und da haben wir noch mal, nach dem Rennen konnten wir da noch mal testen, und da hat der Koles noch einige Fahrer eingeladen, die halt das Auto noch testen durften, ne? Und da hat es eigentlich ganz gut funktioniert, aber da hatte ich schon ein Mufi, wir haben da Teile gehabt, die vom Lifing her überfahren waren, Und ich so, hoffentlich geht es gut. und da ging alles gut, und dann waren wir im Januar, Februar noch mal, nee, Januar waren wir noch testen in Valencia, für 2011, ne? Und da habe ich schon gemerkt, oh je, das geht nicht gut, ne? Und dann habe ich dann auch Ende Januar, oder im Februar, habe ich dann für mich den Stecker gezogen, bin zum Günder gefahren, ich sage, Günder, ich kündige, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr verantworten, und... Sie sind ohne Stoß dann teilweise losgefahren, also nicht auf die Strecke, aber an die Strecke ran. Ja, ja, viele Teile haben wir dann... Die nicht kamen. Ja, ja. Wie gesagt, finanziell waren wir halt schon, ja, ne, am Hals, am Messer, und, wir haben oft die Autos zusammengebaut, an der Strecke, ne? Ja. Konnten nicht starten, weil vielleicht der Motor nicht bezahlt war. Ne? Aber das hat der Koles dann immer auf schnell, schnell geregelt, dann kann man in Schöner kommt, man starten, ne? Manchmal gab es halt auch keinen Sprit, ne? Da muss man zuerst den Sprit bezahlen. Und, 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 ne? Okay, krass. Dann war das Autos soweit fertig, war kein Getriebe da. Da stand der Mann vom nächsten Tag außerhalb an der Rennstrecke und hat gewartet, bis das Okay kam, von England damit, dass das Getriebe uns geben durfte, ne? So ging das. Das war Aufgang und Geben, ne? Ja, gut. Also das ist natürlich auch Arbeiten, was so kein Problem war. Es war wirklich, ja, eine tolle Sache, weil wir waren ein gutes Team, wir haben alle an einem Strand gezogen und wie gesagt, wir waren wirklich nicht verwöhnt, ne? Klingt so. Das war schon, wir haben manchmal mit Mittel gearbeitet. Da war unser früherer Chefmechaniker von Toyota, der Gerale Cock, der war bei, ach, wie hieß das zweite Team von Red Bull? Toro Rosso. Toro Rosso war der, ne? Und der war neben uns und da habe ich gesagt, Gerard, kannst du mir das leihen, kannst du mir das leihen? Ach, da sagt er, Mensch, ich habe überhaupt nichts. Da sagt er, Kann ich nur einen Red Bull haben, wir haben auch nichts zu trinken. Ja, ja. Ja, Red Bull haben wir auch gekriegt, aber da sagt er, ich sage, Mensch, guck mal, weil wir von Scheiß Wagen hier über haben finden, da sagt er, ja, wir können hier von uns den Alten haben, ne? Und da habe ich mit meinem Kolles gesprochen, da sagt er, ja, dann kaufen wir den ab, ne? mit denen er operiert, die waren schon ein bisschen besser, wie die wir hatten von Aguri Suzuki, ne? Und am Ende von Ja, sagt der Gerard zu mir, ey, wo ist unsere Waage heben? Ich sage, der ist nur hier. Ja, ich sage, ich habe doch nicht bezahlt, gib den wieder zurück. Ja, okay, dann haben wir ja zurückgegeben, ne? Aber es haben wir sich schon gegenseitig untereinander ein bisschen geholfen, ne? Ach Gott, ey, also, das ist sowas, aber ich meine, der Aufschule zu hören, dass es sowas noch in der fast aktuellen Formel 1 gibt. Wir gehen jetzt im Jahr 2010, 2011, das hätte man auch nicht gedacht, oder? also, da klingt das mal für mich so, dass das schon auf einem Niveau war, wo es sowas gar nicht mehr gab, aber irgendwie, finde ich, das war schon spannend, ne? Du Scherzklopfer geht von einem Rennen zum nächsten, hoffentlich kriegst du da, hoffentlich kommen die Teile, hoffentlich sind die fertig, ne? Ja, aber wie gesagt, eine gute, gute Stütze war wirklich Günter Holzer, ja. Mit dem muss ich auch nochmal reden. Ja. Dann haben sie 2011 den Stecker gezogen und hatten sie schon was Neues oder was haben sie da ihrer Frau versprochen? Ich habe dann meiner Frau versprochen, dass ich hier irgendwo in der Gebung einen Job suche, damit ich halt dann zu Hause bin. Einen Job suchen, also da wollten Sie, als einer, der sein Leben lang 25, 30 Jahre fast durch die Gegend geflogen ist, wollten Sie hier wieder bei Ford anfangen, in der Materialausgabe. Ich wollte das eigentlich nicht, weil ich bin ein Mordersportfried. Hat Ihre Frau ernsthaft geglaubt, dass das klappt? Ne. Sagt sie, du, nie. Ja, wie gesagt, und dann haben wir den Stecker gezogen und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich mit dem Bruno Wunk in Köln, haben wir uns eine kleine Halle gemietet und dann haben wir da angefangen, Raleo das zu restaurieren. Und das haben wir gemacht bis Ende 2012. Und dann kam ein Anruf von einem Freund in der Nähe von Gießen, von Norbert Rutz und sagt, du, hör mal, Hyundai, die haben ein Rallyeauto gebaut in Korea, die kommen hier rüber zum Testen, die wollen, dass wir den Test machen, hast du Zeit, kannst du mitmachen. Ich sage, klar, die Zeit nehme ich mir. Und er sagt, wo ist der Test? Er sagt, ja, ein Gründer auf der Rallye-Kursstrecke. Ich bin dann da runtergefahren zum Norbert und dann haben wir das Auto da präsentiert und getestet und so weiter und da waren ein paar Koreaner dabei und da war der Mr. Choi, nee, Mr. Choi war da und der IS Kim und der IS Kim, der kam zu mir und dann sagt er zu mir, are you Mr. Cobb? Ja. Dann sagt er zu mir, I know everything about you. Ich denke, boah. Der hat er meinen Podcast noch gar nicht gehört. Und dann sagt er, ja, wir kennen, wir wissen alles von Ihnen. Okay. Okay, alles klar, wir haben drei Tage lang getestet. Zweiter Tag kam er wieder und dann sagt er, ah, Mr. Cobb, can you come behind the truck? Ja, ich sage, ich komme mit. Und dann sagt er zu mir, ja, die wollen hier in Deutschland ein Team aufbauen, ob ich den Michel Nandor kenne. Michel Nandor war schon Ingenieur bei Toyota zu Rallye-Zeit. Ich kannte den Michel und dann sagt er, der fängt bei uns an. Ja, wunderbar, alles gut. Und dann sagt er, ja, in Alzenau, da haben sie eine Halle gemietet und da wird das Team dann aufgebaut. Ja, wunderbar. Am dritten Tag, am letzten Test, da kam er wieder und dann sagt er, ah, Mr. Cobb, we want you in the team. Can you think to work with us? So, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann, nach dem Test bin ich nach Alzenau runtergefahren nochmal, habe mich mit den Koreaner zusammengesetzt und dann sage ich, ja, okay, ich mache das. Das war nochmal eine brutal, riesen Herausforderung, nochmal so ein Team von null auf 100 aufzubauen. Da war eine Riesenhalle, es war nichts drin. Was war Ihr Job genau? Teammanager, oder? Workshopmanager. Workshopmanager, also wieder, ja. Und, wie hieß es noch her? General Operations, irgendwie so, so einen Titel hatte ich da. Eine Riesenhalle, nichts da. Und am nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren, habe ich meine Werkzeugkiste geholt, Bohrmaschine und ein paar Sachen von hier, damit ich unten mal anfangen konnte. Sie haben die Bohrmaschine von zu Hause mitgenommen? Ja, da war ja nichts, da war kein Werkzeug, kein gar nichts. Da war nichts. Da waren zwei, drei Koreaner, da war der Potro Valat und der Michel Nandau, Tommy Schöntges, das war eigentlich alles. War noch kein Wirtvertriebler da? Nee, nee, da war noch nichts, da war keine Werkbank, null. Wahnsinn. Nichts, nur eine Halle. Und, mein erster Arbeitstag, dann im Januar, da kam der Präsident, der Mr. Joyner, sei der Mr. Cobb, I want you to build up a workshop. Ja, alles klar. Ich habe Pläne gemacht, wie ich das haben will, mit Arbeitsinseln, und, und, und. Ich habe das denen präsentiert, ja genau, passt, alles klar, und habe ich Firmen gesucht. Wie viel Budget braucht man da, um sowas aufzubauen? Ich habe nie nach einem Budget gefragt, aber es war genug da, ich konnte wirklich in die vollen, die ersten zwei Jahre in die volle fassen. Okay. das war echt, die haben, die haben, ich hatte so ein Vertrauen von denen, ne, ja, und dann habe ich Firmen gesucht, wer was liefern kann da unten, klar, man hat das Netzwerk da, ne, wir haben dann die Werkstatt aufgebaut, ich habe natürlich mein Netzwerk wieder ausgerollt, ausgerollt, dann habe ich ehemalige Leute wieder eingestellt, die ich schon bei HRT hatte, und auch bei Toyota, ne, wir waren am Schluss, glaube ich, zwölf oder fünfzehn Ex-Toyota, ey Chef, wenn du was Neues hast, sind wir dabei, ne, ja, und dann haben wir das so gemacht, ne, und dann haben wir wirklich an einem Strang gezogen, und, ja, und haben die Werkstatt aufgebaut, das Testteam aufgebaut, das Rennenteam aufgebaut, LKWs bauen lassen, wir haben Überseekontainer gebaut, ne, und wir haben das alles in einem Jahr durchgezogen, und dann haben wir Mitte im Jahr, haben wir angefangen zu testen noch, und im November haben wir dann schon angefangen, die Autos für Monte Carlo 2014 zu bauen, war wirklich klasse, Leute eingestellt, ne, und, 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 Hyundai i20, ne, ja, genau, WRC, Hyundai i20 WRC ist das, haben sie auch, na gut, um Fahrer haben sie sich nicht gekümmert, das war eine andere Baustelle, da kam ja dann der Thierry, genau, Thierry kam, dann Isordo, Thierry Neuville und dann Isordo, ja, ja, Atkinson habe ich auch mal gefahren, Hayden Patton, unsere erste Rallye war Monte Carlo, das haben wir aber ausgefallen, okay, mit beiden Autos, und dann unser erster Sieg war bei der Deutschlandrallye, das war der erste Sieg, genau, aber Mexiko war das erste Treppchen, ne, ich glaube, ja, 2014, ja, war Mexiko, ich weiß gar nicht, wann das war, 2014, ich weiß auch nicht wann, ja, und Deutschlandrallye, genau, genau, da sind wir zur Deutschlandrallye gefahren, da gibt es dieses tolle Bild, wo der Wagen sich so leicht ablegt, und den kompletten Weinberg abraspelt, genau, da hat der Thierry beim Shakedown das Auto abgelegt, boah, das ist, achtmal, bum, 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 ich glaube, wir mussten nachher die ganze Weine von dem, von dem Winzer aufkaufen, ich glaube auch, also wenn man das im Video sieht, ich weiß gar nicht, ich muss es verlinken, da ist wirklich der komplette Weinberg abgeraspelt, so, und dann, was machen wir, ja, wir müssen das Auto wieder aufbauen, über Nacht, ne, und dann, ja, wir brauchen, ich war noch in Alzenau, und da haben die mal angekommen, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, ne, jeder, den wir hatten, haben wir losgeschickt, nach Trier zu fahren, mit Teilen, ne, und dann haben wir das Auto über Nacht aufgebaut, und am Samstag, am, Freitag, oder am Donnerstagmorgen, Freitagmorgen, um acht Uhr sind wir rausgefahren mit dem Auto wieder, auf die Strecke zum, zum Fahren. Konnte auch keiner glauben, dass es das Auto war, was ich da durchgeholfen habe. Das ist, wenn du, wenn du Leute hast, die voll dahinter stehen, die motiviert sind, die Teamplayer sind, und dann funktioniert das, ne, ich hatte den Karosseriemann da, der hat mit dem Schweißgerät Dach wieder, wir haben Dach erneuert, und, 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 ne, das Auto, da war, vor Leute hast du das Auto bald nicht mehr gesehen, ne. Aber ey, sie waren natürlich auch ein eingespieltes Team, das ist ja das Tolle, ne, sie sind einfach immer mit der gleichen Mannschaft wieder eingetreten. Ja, wir waren da wirklich auch so eine gute Gang, die haben das wieder, ne, ja, und am Schluss, Pech bei VW, die haben die Autos noch abgelegt, und wir haben dann gewonnen. Und auch noch ein Doppelsieg, ne, war natürlich schon toll, ne, aber ich habe immer zu Michelle gesagt, der Sieg, der kam zu früh, weil da sagen die Koreaner, ey, das funktioniert, der braucht doch gar nichts mehr. Ja, okay, okay. Ja, da war schon auch eine ganz tolle Zeit da bei Hyundai. Von der ganzen Philosophie, kann man das vergleichen, Toyota und Hyundai, also vom Management her? Oder waren Sie einfach nur mal auf dieser Team-Ebene und das hat sich immer gleich für Sie angefühlt? Ob Hyundai oder Toyota, ist gar nicht wurscht. Naja, ich so, auf unserer Ebene, da läuft eigentlich alles gleich. Will man einfach gewinnen und der Erfolg ist, ne? Ja, es ist nur halt die Verständlichkeit, was die Koreaner haben oder die Japaner, die Motorsport gegenüber ist, total kontrovers. Kontrovers. Ja, also die Toyota, das japanische Management, die haben da schon ein ganz anderes Verständnis für den Motorsport. Was sie es halt über die Jahre gelernt haben beim O.W. Anderson. Und jetzt da, bei Hyundai, da war das halt so, da kamen Leute rüber, die von Motorsport eigentlich keine Ahnung hatten. Denen musste man alles beibringen, ne? Deswegen hatte ich auch die Privilege, ich konnte eigentlich schon, dann agieren, wie ich wollte, ne? Die haben ja, ask Mr. Cop, ask Mr. Cop, so ging das den ganzen Tag, ne? He will organize, he will do this and that, ne? Aber so langsam, ich denke mal, das Verständnis kommt jetzt, was man braucht für den Motorsport, wie man den lebt, ne? Das hat denen eigentlich schon ganz am Anfang gefehlt, ne? Das Verständnis, ne? Für die war das eigentlich nicht? Die haben gedacht, wir stellen da eine Hebebühne hin und bauen da ein Auto, ne? Aber war halt nicht so, ne? Das Verständnis hat schon gefehlt, aber wie gesagt, wir haben da wirklich gut geäckert und der Mr. Joy, der kam dann nach dem ersten Jahr auch, zu einer riesen Pulle, Whisky und hat sich bedankt und, ne? Wir waren wirklich ein gutes Team. Was war für Sie die schönste Zeit? In meinem ganzen Motorsportding? Ja, die schönste Zeit war schon bei Toyota. Okay. Ja. Gibt es da ein Jahr, was für Sie herausragt? Erster WM-Titel wahrscheinlich. Ähm, 1990 würde ich sagen, war ein sehr bedeutendes Jahr. Und da wurde der Carlos Sainz Weltmeister. Und da haben wir, seinen ersten Lauf hat er gewonnen in Griechenland. Und das war schon ein riesen Highlight. In dem Jahr hat er, glaube ich, vier oder fünf Rallys gewonnen. Und das war wirklich auch im Carlos Sainz Jahr. Und da haben wir auch wirklich geäckert. Da waren wir wirklich auch ganz gut. Gab es einen Fahrer, der aus Ihrer Sicht das Team am besten motivieren konnte? Also für den man sich, es gibt ja, höre ich immer wieder so Fahrer, für die sich alle aufgeben. Ja. War schon der Carlos. Man hat ihn eigentlich geliebt. Man hat ihn auch irgendwann ab und zu mal gehasst. Für den hat man sich wirklich aufgeopfert. Der hatte ich auch beim Testen. Der hat getestet, bis auf Teufel komm raus. Das nochmal, das nochmal, das noch umbauen. Und kannst du das nochmal machen. Die Federn und die Stoßdämpfer und das Getriebe übersetzen und die Hinterachse. Der hat geäckert, aber der hat geäckert für seinen Sieg, für seinen, und das war Carlos. Mein Mann hat gesagt, ach nee, ich weiß nicht, Carlo, die Nacht, bevor es losging, sagt er, wir gehen nochmal Reife testen. Dann haben wir auf den Turini hochgeknallt. Nachts um zwölf. Wollt er nochmal Reife testen? Ja, haben wir gemacht. Wir haben alle Wünsche erfüllt. Oder wenn nicht, hat er Ovi angerufen, Ovi, I want, I want, I want. Alles von Carlos. Aber die harte Arbeit hat sich ausgezahlt gemacht. Er hat da wirklich die Weltmeisterschaft damals verdient. Und sein erster Sieg in Griechenland, das war ja auch so was. Ich war oft zwei Jahre lang Service gemacht, aus dem Hubschrauber raus. Und in Griechenland war ich auch wieder im Hubschrauber. Und wir hatten ein Problem mit der Lenkung. Die hat abends immer gehakt. Weil das im System halt, ja, wir waren noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Und der Carlos, wir waren am Servicepunkt und der Carlos hatte die Zeitreifer-Steering-Problem. Gut, wir sind zum Servicepunkt hingeflogen. Da steht auch der Servicewagen, aber der hatte keine Lenkung mehr. Und wir mussten die Lenkung durch beim Carlos. Was machen wir jetzt? Der Pepper, unser Ingenieur, in Action, in Hubi wieder rein, über den Berg geflogen zum anderen Service und hat eine Lenkung geholt. Und in der Zeit haben wir die Lenkung beim Carlos ausgebaut. War alles parat. Und der Luis war dann we lose the rally, we lose the time, bla, bla, bla. Und der Carlos, der hat die Augen hier vorne gehabt, wie der Matador. Der Pepper kam mit der Lenkung, mir die Lenkung eingebaut, Öl rein, alles entlüftet, Auto runter. Wir schnell wieder in den Heli rein und wir sind mit dem Heli vor dem Carlos geflogen und der Pepper hat mir gesagt, ja, flat, 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 caution, bla, bla, bla. Und stempelt eine in der nächsten Prüfung mit Null. Wir haben es geschafft. Ja, wir gewinnen die Rallye. Und das war Carlos sein erster Sieg. Und da war mal eine Story in der Zeitung, der Rallye of my life. Und da haben sie den Carlos interviewt und da hat er speziell gerade die Griechenland-Rallye als die Rallye von seinem Leben da berichtet. Wie das da war, die Rallye. War sein erster WM-Sieg. Und Sie waren der Mechaniker. Wir waren der Mechaniker, ja, ja. War schon klasse. Wahnsinn. Wirklich hier ein Interview, wo ich oft mit Gänsehaut sitze, wenn Sie so erzählen. Aber man kriegt das so bildlich vor Augen mit. Ja, ja. Gerade wo ich gestern hier so ein bisschen geblättert habe, da fällt dir wieder so viel ein. Wo der Carlos Auto gerollt hat in Finnland mal und hat die Rallye trotzdem noch gewonnen. Aber in Argentinien, Gott, das war man mal. Ach, ist das nicht. Vor der letzten Prüfung kommt ja ein Funk und sagt, das Getriebe ist kaputt. Boah, scheiße. Und dann haben wir es gewechselt schnell. Fünf Minuten haben wir gebraucht. Gertlaster rein, Da ging ruckzuck. Hat die Rallye gewonnen. Unglaublich. Wir waren wirklich gut. Wir haben Sachen gemacht, die kannst du auch immer nicht erzählen, kannst du auch den Fahrer nicht erzählen, was du jetzt gerade wieder repariert hast. Ich weiß nicht, wir haben mal in Kenia das Getriebe gewechselt und der Gardik, der hat immer von oben gemacht. Man muss ja hier so den Schalthebel oben im Getriebe rausbauen. Das hat er gemacht, das waren vier Schrauben und da waren nochmal zwei Schrauben, ich habe das Gertlaster hier liegen, wo das Getriebe an der Karosse festgemacht war. Und ich habe unten immer der Gertlaster rausgenommen und wieder reingesteckt und ihm fiel eine Schraube oben rein durchs Getriebe, weil jetzt das Getriebe soll er festmachen, fiel ihm da rein, wo es offen war noch und wir haben schon unter alle alles und da sagt er, Erli, mir ist die Schraube reingefallen. Ich sage, bist du wahnsinnig? Ja, was machen wir jetzt? Ins offene Getriebe? Ins offene Getriebe. Ich habe durchgedreht. Ich sage, komm, wir haben keine Zeit mehr. Mach das Ding auf, Öl rein. Und da sind wir gefahren, wir haben die Rallye, schauen wir, haben wir sie gewonnen oder nicht. Auf jeden Fall, die Schraube, die hat sich unter, wo der Ölabsaug ist, hat sich die da an einem Magnet festgezogen und nach der Rallye haben wir das Getriebe zerlegt in Köln, in der Werkstatt. Ich ziehe das Gertlaster raus, lag da unter die Schraube noch drin. Hätte ich sich losgerappelt, Getriebe rein, wäre alles kaputt gewesen. Und so was auch haben wir erst dann nachher dem Ingenieur erzählt. Da seid ihr wahnsinnig. Aber es gibt auch in diesem Ranggetriebe und so einen Magnet, der so kleine Späne immer aufhängt. Ja, genau. Ich habe kurz daran gedacht, vielleicht hat sie sich ja da verhängt. Ja, ja. Das gibt es nicht. Das sind so Sachen, ja. Man hat oft Sachen gemacht. Man muss halt immer schnell entscheiden, was machst du jetzt? Ja, naja, gut. Also eine Schraube aus dem Getriebe rauspopeln, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, ja. Da haben wir so ein bisschen alles zerlegt, haben wir Zeit verloren. Und dann kommen das mal drin. Aber es ist cool, das ist so eine ganz andere Art von Schrauben als natürlich in so einer Werkstatt, wo man nach Arbeitswerten lang geht und das macht und so. Und man muss eben diese schnelle Entscheidung treffen. Ja, ja. Das ist das Besondere, dass jeder im Team für sich und für seinen Bereich schnelle Entscheidungen treffen muss. Und ich glaube, das ist eine ganz eigene Art von Denke, die man da braucht. Also man muss halt die Verantwortung für das tragen, was man da hat. Und es geht ja doch um viel. Ja, ja. Ich meine, da ist sehr viel Geld im Spiel auch. Ja, eben, klar. Wenn man da irgendwie was verkackt, dann haben wir viel Geld in den Sand gesetzt. Ja. Aber natürlich, ich meine, wenn Sie 30, 40 Jahre in dem Bereich immer wieder angefragt wurden, dann hat das auch seinen Grund. Ja, ja. Bis wann haben Sie Hyundai gemacht? Hyundai habe ich gemacht bis 2020, glaube ich. Also auch nochmal sieben Jahre. Oder 21, ich nehme, waren acht und halb Jahre. Ach, acht und halb Jahre. Ja, also Ihre Frau ist schon leidensfähig, oder? Ja, ich bin dann mit knapp 65 in Rente gegangen. Ja. Und ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ich musste auch mal doch mal zu Hause sein. Du warst zu Hause nach dem Rechten gucken. Ja. Das war eine schöne Zeit auch mit Hyundai. Ich meine, wirklich in jedem Team, wo ich war, die Herausforderung war immer da. Und gerade bei Hyundai so etwas nochmal von Null aufzubauen, das hat mir riesengen Spaß gemacht. Und auch mit den Leuten nochmal zusammen zu arbeiten, die man sowieso kannte. Wir haben, jeder hat einem jedem geholfen und wir haben miteinander gearbeitet. War wirklich Teamarbeit. War wirklich schön. Also das klingt nach einem so erfüllten Berufsleben mit allen Höhen und Tiefen, die Sie erlebt haben. Also das ist ja ganz faszinierend. Doch, also ich bin auch wirklich zufrieden, weil ich habe viele Kulturen gesehen, viele Länder gesehen, Kulturen kennengelernt, viele Leute kennengelernt rund um die Welt. Also wenn ich heute gehen muss, dann muss ich halt gehen. Aber ich habe wirklich ein tolles Leben gehabt. Und trotzdem hat es mit der Familie immer noch geklappt. Das ist das Tolle. Kinder sind alle was geworden, hat sich die Frau darum gekümmert. Ja, das ist genau. Ja, und heute mache ich es heute noch. Ich genieße meine Garage hier. Ich bin ein bisschen involviert im Eifferelli-Festival mit dem Reinhard Klein und mit dem MSC Down. Weil wir sehr viel Spaß machen. In der Orga bin ich da mit drin. Und da habe ich immer noch Kontakt zu den alten Fahrern. Auch mit dem Carlos. Schon mal ein WhatsApp schicken und so. Oder mit dem Jari Latvala bin ich gut in Kontakt. Markus Grönholm noch. Terrine will. Versuche immer die noch down zu holen. dass wir da ein bisschen Prominenz kriegen. Und selber versuche ich auch noch ein bisschen zu fahren, wenn es geht. Ja, Autos haben sie ja genug. Ja, ja. Doch. Das klingt gut. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Ich glaube, jetzt werden einige sagen, wieso fragt ihr eigentlich nicht nach dieser Turbo-Geschichte bei Toyota? Aber ich glaube, das lassen wir jetzt weg. Das ist, glaube ich, alles von vorn ein bisschen durchdiskutiert worden. Ach ja, ich denke, der Norbert hat da auch schon einiges preisgegeben. Nee, darüber haben wir, glaube ich, nicht gesprochen, oder? Nee, ich meine nicht. Also mit dem Turbo-Lead, das war ja beim 205er. Ja. Ja. Ja, da hat er mal einen guten Ingenieur, der hat einen tollen Job gemacht. Leider wurde man erwischt dabei. Wussten Sie das alle im Team eigentlich? Nee. Das ist tatsächlich nur ein kleiner Kreis. Da wussten nur ein ganz, ich glaube, nicht einmal eine Handvoll Leute wussten das. Ja. Das ist auch immer gefährlich. Also das haben Sie tatsächlich... Ja, das war eine harte Zeit eigentlich damals. Das war ja 1995. Ja, alle Punkte aberkannt von der laufenden Saison und zwei Jahre gesperrt. Und zwei Jahre gesperrt. Das war eine harte Zeit. Da mussten 80 Leute damals entlassen. Das hat dem Andersson sehr, sehr wehgetan. Und anderen mussten wir ja wieder dem Andersson eigentlich zugutehalten. Er hat das Team weitergeführt. Das ging weiter. Er hat die ganzen Händler in Europa da alle motiviert. Da haben wir Europameisterschaft, wir haben eine Deutsche Meisterschaft. Und dann in der Zeit hat er der Dago Röhrer, unser damaliger Ingenieur, hat er die Corolla dann entwickelt und gebaut. Und einen Toyota GT1 haben Sie sich aber nie privat gekauft, oder? Nein, nein, nein. Sie sind nur nicht gerade die Autos treu geblieben. Okay. Kommen wir zu meiner letzten Frage, Herr Kopp. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn man das Rohöl ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Ich würde die in die Gruppe B stecken und in Kenia fahren. Okay. Ja. Und in Kenia fahren? Kenia ist schon toll. Kenia ist mein Country. Danke. Sehr gerne. Ist er nicht herrlich, dieser Dialekt? So kann es nämlich auch klingen, wenn man über die große, weite Welt der höchsten Motorsportliga spricht. Ich hoffe, wir sehen ihn mit seinen Boliden beim nächsten Eifel Rallye Festival wieder und ich hoffe, wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Entweder am Dienstag bei Future Classics oder am Donnerstag in alter Frische in der alten Schule. Bis dahin, schöne Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de 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 Vielen Dank.